Ja, wenn du willst, kannst du da... Ah, das schickt man über Steam, dann äh... Du stehst ja genau das selbe wie hier. Genau wie du durchstehst. Genau mit dem kleinen Strich und dann... Oder hörst du Freundescode? Nee, ich meine nicht. Ich weiß nicht. Ich kann dir den auch... Ein zu ein suchen. Also mal Freundescode. Vielleicht findest du mich da echt? Was schicken oder? Äh... Von Steinem. Ah du. Auch Martin Underscore. Genau. Erst geht zwar noch eng. Amos doch dann. So dann der Underscore. Schnauble und Frau Löwe schon dafür gedammt. Aber von Sponch ist die Ratten. Also von uns Wunsch. Wunsch durchs Verheergefunden. Das ist toll so. Anzeige raus. Anzeige ist raus. Ja. So da geh ich nicht mal nach. Toll halt jetzt los geht. Oh. Wieso geht mein scheiß Voicemod nicht um? Boah. Da geh nicht einmal auf die Scheiß stand. Ah Beppo du warst schon ran. Da geh nicht mal nach. Drei mal nach. Da geh nicht mal nach. Pappu. Tja. 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 Wäsch, wäsch! Wäsch, wäsch! Komm auch, sieh, Hamster! Wäsch, wäsch! Alles fit im Schritt. Ja, Maladie, bis nächstwoch. Absichtisch oder auslöpig, schaff's? Hopp, wei. Na, wie, das geht immer. Auf vorne hängen so, ja, keine Ahnung, vielleicht Tumor, scheiß drüber, ich kann nicht schaff, kommt's ab. Hallo, Max. Und, wie geht's? Ja, Maladie, bis nächstwoch, da geht einfach mal. Boah, ja. T, T, T. So ein Vorsicht bei der Psega, es kommt nicht. Hopp, wei. Ja, ich über den Doktor müsste kreischen und alles, also... Oh mein. Bei meinem Doktor, ich muss auch rufen und so, oh, Benoit, du weißt. Was? Ja, ich lehne an deinem Tupperware, kannst sie sichern. Okay. Na, ich hab bloß ein bisschen am Akten. Er ist schon aus Kanada mit dem Doktor angerufen, wo ich an der König, also, wo ich ein König gesehen habe, wenn ich schon mal was schaffe. Ich hab ihm geschrieben, oh, mein Krankenschein ist aufgelaufen. Ich hab's gesagt, hängen Sie euch an. Ich rufen ihm an Mama und sie können sie sichern und bringen sie auf der Psega. Ich hab's gesagt, oh, ja, ich will. Guten Doktor. Ich hab's gesagt, am Anfang, einen guten Doktor, wenn man zu einem Stammklinien hat. Aber wenn er weiß, dass du keinen Bock hast, den trägt da der Schein. Der sieht dann, wie willst du irgendwo auch so machen. Da passt er immer so, fängt mal ein wenig an und dann gucken wir weiter. Du guckst nachher so. Ja, ja. Ich hab schon keinen Bock, kein Kraft. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. So, magst du das mit den Legenden, Angriff, Agilität? Das war ja nie so. Ja, die sind dann abgedeilt an zu Kategorien. Okay. An alle Kategorien wird Freya, hast du halt zu Scanlegenden, wie zum Beispiel Valkyrie, und auch scannen. Ja. Wir können nur einen Schuss nehmen nach der Wicom-Legend. Der Tisch ist Wicom-Legend. Genau, die Freya können halt scannen, weil... Ich weiß nicht, ob die enge Map die Krypto... Ja, die Krypto. Ja, 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 ja. Die scannen und dann sehen die ganz genau, wo Teams sich befanden. Nach mir OP geht das nicht, oder? Nein, sonst ist es nicht OP. Kontrollen und Smephy halt in Haus anzuholen und so Sachen. Okay. Und die können einfach auch scannen mit nur den Rang. Okay. Wie du hast aber nach den Spitzen, also den Spezialisten... Ja, ja, du hast nach den Cue und das Ganze, ja. Okay. Dann hast du Supporter. Ja. Sobald e-Supporter am Team hast, kannst du den Banner kraften gehen. Okay, cool. Da kannst du, egal wen, kann dann den Banner halt kraften. Oh, geil. Oh, geil. Ja. Okay. 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 Du bist auf der Fing-Range. Ich kann mich auf dem Kabel machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so komisch. Oh, p***. Oh, p***. Oh. Oh, nee. Ich muss mal nicht spielen. Oh. Oh, ich muss mal ein bisschen rüber gewinnen. Oh, ich drehe nicht. Okay. Okay. Ah, du bist auf der Fing-Range. Ja, du bist mein Name. Feier. Ich muss gucken. Ich kann da joinen. Ah, okay, geil. Ich spiele meistens immer mit P20 an Hammerpoint. Also, das ist so eine Menge drauf. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso. Cool. Also, wenn ich mit der eins geht, ja. Aber ich gehe nicht. Ja, also, es spielen an sich alles. Also, es ist schon nicht so spezifisch Legenden. Hallo. Hoi Marcel. Hallo, Dylan. Moin. Moin. Was ist da? Da ist ein Besuch hier, ey. Das ist nur genüht. Ist Papi wieder am Start hier, ja? Oh, oh, oh. Kim denkt sich einfach nur, du Hurensohn, hast du es einfach für drei Wochen verlassen. Das ist so. Ja, ich muss eine Pause einlegen. Wenn es mir beim Zocken zu viel wird, dann muss ich eine Pause machen. Ja, das ist auch richtig so. Sag ich ja zu Kim auch die ganze Zeit. So, Serumdu. Wenn man auf einen Tag oder zwei Tage offline ist. Hey, Marcel. Das sind dir keine Übel. Hallo, Andi. Ich bin nie offline. Bei mir hängt vom Spiel ab. Also, MW2 ist ausgelutscht. MW3 hoffentlich wird besser. Ich kaufe es mir aber nicht sofort. Ich lass es ein bisschen. Mal schauen. Also, anscheinend ist wieder Slide-Cancel dabei. Das ist cool. Wir haben ja schon investiert. Was? Stabil. Was? Was? Ah, Lisa, wie sehr. Ach, wie geil. Was, Kevin? Ne, Kevin hat auch noch nichts bestellt. Wir haben nicht darüber geredet. Echt? Oder, Kevin? Ich brauche einen frischen Kill. Gehen wir hierher. Ich hab gesagt, nein. Oh, ja. Diese Waffe ist einfach OP, Mann. Meine Fress. Hab ich das vergessen? Ach. Noch zwei Armbänder. Und den und Beko und Max spielen eben. Mein Spiel habe ich schon ein bisschen vermisst. Also, muss ich sagen. Wer ist raus? Ich bin da. Ich dachte, einer wäre raus. Aber warte. Die mir gehen direkt drauf. Ich mach es bloß in meinen Aim. Ich hab mal warm. Ich fisch. Ah, Pathfinder ist so geil, Mann. Naja, wenn man Pathfinder los die Care-Pakete scans. Ja. Kriegst du instant ein Zipline. Oh, geil. Das ist toll. Das ist toll. Du scans. Normalerweise kommen immer mehr Care-Pakete in die Nähe rum. Das ist toll. Du kannst ein Zipline. Du scans. Dann hast du schon noch ein Zipline. Einfach so. Ja. Ja. Alternator so stark. Bei den Max schon die Stream golen. Die war schon nicht stark. Schiss nicht, ob sie die Ära nach Kampf ist, wo den Alternator mit dem Laser-Dinger rauskommen hast. Nein, nein. Weißt du, das Gold ist, was du findest. Das Gold ist, was du findest. Den Unterbrecher-Schildschaden. Ja. Das Ding da. Ja. Wo das der Muffang rauskommen war, war das so OP. Ja. Das war so eklig. Ja. Das war so eklig. Ja. 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 also ich bin bin krank geschrieben bis nächste woche doch absachte ballistik lehrer ist wie die conor mcgregor malen ich habe echt kopfschmerzen wieder dann erst ich habe auch eine ohrwärtsinnung dabei ich habe keine ahnung die dort bitte wo ich du wo wir waren hab ich die bapot kannte schon alles was raus das sind du bei mir weiss nach in game bei mir weiss nach in game sind auch der bahn und jörg ist fertig generell im schwarzen das ist halt diese in der ja die spielen ja zu dritt die kann ich nicht mitmachen im west for apex land ist am fang sein sein ding Salut und du, ja, mir geht es gut. Ich erzähle doch. Ja, mein Schatt. Ah, Padel. Marcel, ich mache das Armband noch fertig. Oh, stabil sieht unser Marcel hier aus. Ey, raucht doch eine Kippe auf zu vapen, Mann. Ich habe gar nicht... Boah, soll ich euch was erzählen? Alter, ich dachte mir, zieht die Leute die Schuhe aus, ey. Wieso? Ich stehe am S-Bahn-Gleis, oder schlechte Menschen geht es immer gut. Das ist ja außenbereich und ich kann das auch verstehen, aber jedenfalls mache ich mir da eine Zigarette an. Und außen nix. Das war ein Schwatter und ein weißer. Keine Ahnung, ob der Praktikaner war, weiß nicht. Auf jeden Fall hat er nix gesagt. Er sagt so, ja, können wir einmal bitte die Zigarette ausmachen. Ich sage, jo. Haben Sie ein Ticket? Jo, der ist schon ein Ticket. Haben Sie noch einen Ausweis für mich? Also, ihr könnt doch du sagen, ich bin nicht so alt. Ja, der ist ja... Amateure können heimgehen. Ja, ähm... Jetzt geht es ein paar Wege mehr. Einmal 15 Euro abknüpfen aus vier Wochen Zeit. Warte das ja, fürs Rauchen auf dem Gleis. Ist das euer Scheißerz, oder was? Einmal kurz alle Zigarette gezogen. Ja. Ja, klar, die machen das ja mit Absicht. Ja, ich kann das auch verstehen, wegen der Sauberkeit und alles. Was für eine Sauberkeit, Digga. Die schütten da Dreck ins Meer und wegen einer Kippe bekommst du da 15 Euro. Ey. Ich hätte dem gesagt, komm, mach dich weg. Nee, die waren auch freundlich zu mir, also bin ich auch freundlich zu denen. Ja, hat keinen Sinn, wenn du dann anfutzt, wenn die nett sind. Also nett, höflich. Nö. Da hätten die können wir uns hier noch drücken, oder so. Sollen wir direkt loslegen? Wamosch! Jetzt wird geschockt und gerockt. So, ähm... Ah, fuck, stimmt. Die Spieler kann das just mehr in Xbox-Mann hat das doch. Nein, sonst fährst du dich, ja. Fährte, komm, oder auch offline? Na, komm, wir gehen auch mal. Ähm, nur könnt ihr Max... Max... Max? Stream laufen lassen, weil der Wut hat seine Affenjeld noch nicht. Ähm, ja, das mache ich's. So hier in Discord, oder was? Es fehlen noch diese... Diese drei Zuschauer, da was in der Schau. Alter, komm, das ist mein Fernseh in meinem Video drauf. Ich sag schon, vielen Dank. Gerne. Ja, komm, komm, komm. Schatz. Ich würd sagen, wir kriegen das hin. Ihr könnt auch einfach auf Discord, auf den Stream da klicken. Müsst ihr dann... Andy war Zagaya. Ich hab dich schon gefunden, oder? Du war Zagaya. Du war Zagaya. Andy war Zagaya. Ah, du hättest eine Chance. Oh, ich schaue mich Santine allein im Okaz. Ein Follower mehr. Danke fürs Followern. Ich lasse den Stream auf minimiert. Da sind die Ahnen. Komm, Third Party. Back. Was kriegt man denn hier, weil wir viel Loot führen? 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. 1-0. 3-0. 3-0. Ah, die Wichser. Damit machst du normalerweise Linen für Hunde. Und das direkt rein, ich habe noch eine Mauer. Ja, tschüss, tschüss. Jetzt sind da zwei. Ja, schon gesehen. Und dritte, kein Durchflug. Ja, sowas. Also scheiße, meine. Okay, ist sie weg. Ah, ich muss aber noch einfach kurz fort. Ah, die ist gar nicht mehr, die Wichser. So, dann machen wir mal den... Mach das Armband noch und dann können wir... Mach das Stream nach unten. Ja, die kommen. Ah, die Gigi Turr Party wacht. Oh Gott, dieses Geräusch ist so schrecklich von dem Spiel. Also das, was ich hier online sehe, sieht ganz nice aus. Ich glaube nicht, dass sie das so hinkriegt. Ah, ich zeig dir nachher, was sie gemacht hat anhand von meinem Scooby-Doo. Oder anhand von Alexandra Scooby-Doo. Die macht tausend Scooby-Dos. Ah, du Furzen. Bapu, mein Fieshalle sind all gefährlich. Aufgerollt. Ah, stark. Oh, Fah, Mann. Ich mein 200 Stück. Ah, du Furz. Ah! Ah! Max, weil du nimmst du deine Kamera nicht weiter zu dir. Dein halber Moniker im Bild. Ja. Ja. Ah, muss ich nachher machen. Ja, wenn's nicht geht, alles geht. Ich hab mir nicht nur gewonnen, aber ja... Ah, du kannst schon mal die Scheiß-Bahn... Oh! Sandy, wenn du willst, kannst du auch ihr Kollege schon mal unterstützen. Das Ende, hier schmackst du Panisch. Ah! Und hier will auch gerne Führer kommen. Falls du willst, kannst du dann gerne eine Falle lösen. Ja, mega coole Mönch. Mach das, oder? Es ist los, ich vermerci. Ah, löst mich schwach! Ich bin fort! Wach, 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 wach! Wach, 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 wach! So, ich bin gleich fertig, Marcel. Ich zieh dich in die Wichser. Pi's dich, LOISISCHEN! Die leise stellen im Stream. Er schreit doch nicht. Boah, er schreit übertrieben. Das so laut. – So! – Wo ist Kevin überhaupt? – Kevin sitzt neben mir. Kevin! Kommst du rausist? Oh, das ist so everal! Ciao. Ciao. Lauf du, kleine Schlampe. Ich habe das schon gespielt. Du hast es. Danke. Zajua möchte ich nicht an dem Spiel. Zajua, du hast so lange, bis du es wirklich nicht aufgehört hast. Ja, ich will nicht laufen. Ich will nicht laufen. Ich bin ein bisschen im Soundboard. Ja, dann starte ich meinen Stream auf. Nee. Das ist gut. Boah, was ist denn der Streamtitel? Ähm, warte, im Moment. Ich will nicht nur wegschminken. So ist dein umgeschrieben. Marcel, schreib auf Schlitzen statt Ritzen. Oh, und so. Entschuldigung. Da kommen dann aber andere Leute rein. Die stehe ich in meinen Streamer-Handel. Die Emo-Community. Schlitzen statt Spritzen. 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 Schlitzen, Gangl-Kipp, Schlitzen. Schlitzen statt Spritzen statt Spritzen. Ah, geh mal da rein für eine Schildzahle, komm. Okay. Fertig. Oh. Dann muss die Leute annehmen. Hm. Sauber, dann muss ich hinter der Discord meine Kamera ausmachen. Mit so einem Titel hast du Kiki innerhalb von 5 Minuten. Danke für deinen Follower, merci. Das kann ich nicht nur chillt werden. Wieso? Lütze hoch, aber das ist nicht groß. Also das wird eh Wolken mehr. Ah boah. Ja, ich gucke einfach. Na gut, wenn du drei noch schüttnest, bist du nicht mehr gehofft. Die ist sehr gemein. Der nächste Ring ist nicht in der Nähe, gut zu wissen. Ah, was für eine Scheife hier, scheiße. Guck mal, Granaten. Granate. Geht's. Boah, probar ich mal mehr Glück heute. Kommt ihr denn, sieh nicht mehr nach vorne, sonst hast du dich. Längst, kannst du es scannen, bist du mich heiß? Okay. Ne, ne, ich hab das da. Du, ja, das ist ja ungewiss, wie sie gehen. Wenn du in 20 Richtungen lebst. Du? Ja, du. Du sagst, es löst dein Ziplein. Und du sagst, was am Kehrpaket dran ist. Okay, du sind da. Komm. Es ist bloß, dass ich nicht so lange warten. Ich probiere einfach mehr Glück heute. Komm, vielleicht schraubst du das allein. Einmal so lange. Auf. Ah, ich hab geschossen. Ja, wir sind so. Sie sind bei 1 Euro, Rd 40 Cent. Ja? Aber auch noch das. Bei einem Menge, man will ja, ich denke. Oh, okay. 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 ah du wichser ich komme mit der wahl a burger am meckenskennen machte ich nur 50 den anderen als bad die spitfire ist rupisch mann egal geht hier ist lobby schon ein küscht wird kran ist schon der kürz ich bin gleich bereit ja es gehen wo ich schon von einem karlsatz spiel ich bestelle gerade noch was kurz ein und ich hoffe ich ja aus dem penner deswegen drei flein von hallo in roppel total immer der blöd schild noch was marcel hat kein einzigen der ihm zuschaut das kann ich nicht zulassen das tut er hat erst angefangen gibt ihm eine sekunde man es ist ja nicht mehr da wo ist er denn ich mache heute mal keine ist das doch wie mal gucken ob einer so reinkommt gesehen von euch definitiv nicht er vielleicht nicht im nächsten mund kann ich mir da zwiel ist für einen großen kalibrigen Accessoires vertragen. Yo, Lokiming zwei, du richtig hast looted, sind nur ab 102. Zuscha... Okay dann, danke für deinen Reutkommen und schönen Norbert nach. ich bin der jump master folge oder kommen wir nicht wäre es in den jump master wo gehen wir dann was ja ein master so machen wenn noch einer ich gefallen oder so wenn sie flitzt kannst du besser so wie wenn es schwimmen siehst du delphine mäßig auf ja da gehst du mich sehr ja schon halb mal dem it's timino geguckt hier spielt der film hat der alz da ich bin menschen Ringmann, wieso nix mit nix. Das war kein Glant, ne? Ne, wir checken. 45, hier ist ein erweitertes Energiemagazin. Stufe 3. Uh, ein Gefretzer. Wie groß ist er? So ein Schnapp, ne. Schau gut. Wir haben einen neuen Kill, Spitzenreiter. Ich kann's kaum erwarten ihn zu wollen. Vorstellen. Champion erledigt. Wen wollte ich eigentlich selbst umlegen? Wollen wir schon gleich springen Ulti? Ja, hast du recht passiv im Schwerbein. Sehr gut zusammen. Zahle! Na, wir levelieren Druckzeug. So. Merci. Man tut die Haare ungefähr. Was? Der Shop hat geöffnet. Der Shop hat geöffnet. So, ich... Ich switche ihn runter ins Live, ne? Ich darf's doch, oder? Mandi, sei bereit, ich schwarz macht. Hier, 903, 2. Der Gag ist mit. Es gibt ja Leuerhaus. Krimis. Blöde. Na, die fuhlen, mein Jaador. Appenkir. Den All-Vack. Du meinst auch scheiße. das ist schön den mobile respon landen oder ich komme aus der streife entweder mich nicht in london ne 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 das von selbst im shop holz okay schon mal Ah ne, hier waren wir so ein Portal an der Zeit, oder? Ja, das sind auch viele Filme, das hießen. Ganzer Mufonk. Ja, er hat gekämpft. Evakuierungsturm, hier! Ja, da war so ein gratis Ballon da, wenn es da oben ist. Aha, das Portal, stimmt. Ja, ich habe recht. Aufladungsturm, hier! Also sage ich nicht nein. Aber ich warnte aber. Ja. Das sind doch bestimmt. Was komisch aus, die nicht. Ah, da sind die Bonnen, beim Andy. Jetzt sind wir nun kommen raus. Da sind am Portal, also sehen Sie das Portal, komm. Ja, hier landen, oder? Nein, das ist ein Andy. Bitte, Andy, das war angeschön. Das ist schwarz, Sir. Ja, ich gucke nicht, ich meine, ich bin schon Bob. Meine Damen, was da drüben los ist. Meine Dankeschön, schweizer Mann! Ich brauche diese Herren. Ich bin doch irgendwie sehr gebrannt auf die Menge Sniper. Ja, so schnau ist als Frau. Du hast wirklich geflogen. Oh, zu und keinen. Ido, ne? Aber achte, ich meine, du hängst sieblein. Ich denke, wir sollten da entlang. Stufe 3. Richte eine Seilrutsche ein. Ruh. Neue Kehlspitzenreiter bestimmt. Sprunger-Trieb bereit. Achte auf den neuen Kehlspitzenreiter, mein Freund. Hier können wir nicht aufblöden. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Wo, wo? Auf den Hörner. Oh, das ist krass. Das ist relativ weit für mich. Oh, das ist weit. Ich probiere mal den Wingman. Ich steppe zu den Hörner. Oh! 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 Ah, Fazio, ich hab mich kritt. Scheiss, Sniper. Na, guck mal. Ruh, man kann nie wachst, aber nee, ne? Nein. Boah, wandern muss man... Ja, oder wir gehen in der Richtung. Weiß, ich feite gerade alle Garten und jetzt. Ja, so feiten alle du. Okay, dann... Können wir vielleicht high. Third Party. Weiß ich noch Dinge, aber ich geh schon mal gucken, ob... Wo ist denn der Schuss? Ja. Kleine Wichser. Noch gleich zu Schub, dann... Ich gönne meinen Schild in eine Aufladung. Schüppeltig war aber auch schon nicht stark an der Zeit, ha? Äh, ja. Sie hat sich ein bisschen... gebufft gehen. Also, sie hat sich ein bisschen, denke ich, nicht stärker mal gehen. Okay, Bangalos muss das stattfinden. So. So. Moved Shirt. Ah, die Panna, du. Zeiss ich... Zeiss du. Weiß gesichtet. Werde High-Peaken. Ja. Ah. Oh, jo, 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 jo. Äsch, hast du nicht schlecht. Oder hast du, äsch? Wie ist das? Ich gucke, wie das Giff noch nicht können. Ja, okay. Boah, das passt ja mit ihr auf, ne? Ja, komm mal runter heran. Bei mir noch rein. Sie sind alle gute Sniper. Nee, an ein paar Prozentrecht. Also, ich bin übernunt. Oh. Nee, come on! Probier mal zu Q1. Okay. So. Vielleicht könntest du dann den... den Fang, du, oder wie ich das nennst. Ist das ja rauskommst du, gott so dann. Boah, hier ist mal ein Sieb, da schaust. Ja, gehen wir! Moment, ich muss heilen! Ja, wir können... Ich kann... Komm, ich denke, kurz machen. Dann machst du den Schopper. Ja. Und dann, weil du... Du hast geschossen, dann können wir eigentlich... dann können wir eigentlich... die Loot snacken. Wasi. Oh! Zerpuschen, zerpuschen, zerpuschen. Ja, da haben wir ihn. Da drüben. Sie dürfen uns nicht sehen. Hoi, ihr Phönix-Kid. Ist ein Versorgungswerk. Hier ist ein Phönix-Kid. Lass uns hier! Die Du werd dir nicht loslösen. Das wünschte. Ah, Spaß, wie sehr endlich. Ich brauche Schilde. Für ihn ist in der Nähe. 30 Sekunden. Ah, die gehen sich nicht, die Du. Hoi, Andy. Ich bin da. Ja. Ja. Ich bin da. Ja. 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 Du kannst nicht mehr schildern lassen. Blaue Schild, mein was. Ja. 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 ich kann mich sie mal in rüber machen also ganz rüber ja kommen wir in a quack wer will mal eine seilrutsche benutzen ich lade schielder auf ah man ich bin sogar gut gesagt ich gönne meinen schildern eine aufladung mir schmecken du in turd party oder? ja ja da ne geht da drüben sie wird da rauf kommen ja also reng ja du schaffst es ja wir haben eine minute bis der ring sich schmied und der varkator wird geriefend herrlich da kommt eine replikate so obachte diese position pass auf dich auf ja sie muss noch mit der sohn kommen mir ist sie gut es bleibt nur noch nicht von hannen oder so gehauen wir haben 30 sekunden und der nächste ring ist gleich da drüben das ist nichts verwertbares zurück ja ja gut ich bin nicht dabei mal wir haben 30 sekunden um den nächsten ring zu erreichen ich trage dich in die schlappmacht da waren da mal ja ja oh oh in case ich kann ja ich sehe dort der karte das derring sich bewegt Kerl-Paket ausgeliefert. Kerl-Paket ist unterwegs. Ich liebe dieses Geräusch. Mir könnten Robob Dinge gehören, ob das Viech oder ob die Schank. Und da mein Schobob. Soll ich dein Zip-Line rüber? Oh, da kommen die Eierwelle. Weil da kann doch kein Kerl-Paket hören, wenn die Eierwelle. Ja, ich probieren. Ich kann eigentlich ein Zip-Line, also ich gehe auf. Ich gehe auf, ich gehe auf, ich gehe auf. Hey, hey, um, um, bei. Lade meine Schilder an. Komm Ropa, also probieren mal. Ich stehe unter dem Schluss. Oh, leine, ich bin Rob. Ich weiß mal. Hier ist dein Emo-Shield, Stufe 3. Hey, dann, äh... Ist das Ding? Ja? Ne, ne, nur Peng-Bang-Alarm. Ah, ja stimmt, f***. Ah, sie sind vorne, ja. Da haben wir im River. Äh, hi, er hat den Schobob gesehen. Lade meine Schilder auf. Oh, das ist immer gut, Heiwelle. Ja, wir sind mega gut mit dem High-Ground. Ich nehme eine Zip-Line für den Nuh. Äh, stopp. Komm mal, Heiwelle, die andere Seite von der Schrank, ja. Ja. Oh, Steps von hierhin für Hei. Und du könnt Rob gehen, wenn du nicht schlägst. Also, du. Du, Rob. Das ist vielleicht für den High-Ground Sippe, man. Ja. Ach, Mann, ey. Kannst du so? Ne, sie können nur beim Drach. Ah, ne, sie können so weit. Ah, top. Mega. Vamush. Ich denke... Oh. Oh. Ah, kack. Nein. Nein, mit der, es nicht. Ah, fährt sie sich von. Boah, mehr geht in ihrem Zweck, oder? Ah, das ist schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, man fang, sie machen nicht schlecht. Ja, und so ist was ich auch. Ja, das ist auch gut. Sie muss ja in der Leisrichtung kommen. Probeeren, du Ruhmhecker zuhören. Lade Schilder auf. Für gleich, ich bin im Shop. Für gleich ist meine ultimative Fähigkeit, Schlossklar. Ich weiß immer gut nicht. Ja, ne, ich weiß noch nicht, dass sie kommen. Ah. Ah. Ja, das war nicht. Egal. Ist schon so ein, äh... Ich frage das ein IWAG-Ding und nicht. Und K.O. Ich frage das ein IWAG-Ding. Kannst du hier rufen, in der Quirin ziehen? Ja, ja, die kannst du egal wo. Ah, Pardor. Ich war jeden für die Shop. Der, der Verfall da war. Ah, ok. Der Attach da so, ne ich da so, ja. Ah, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Wir müssen doch noch irgendwo hier sehen, ne? Sekunde, ich muss ein Phoenix-Kind benutzen. Wo, wo, wo. Siehst du schon die Tür, he? Mhm. Ich komm, weil du es machst. Sie müssen nur bei uns kommen. Ja, ja, sie müssen nicht alle weg zu Hause. Wir sind im Viertel, normalerweise. Ja, doch. Los, sie müssen, sie müssen, ja. Los, sie kämpfen. Andi, komm zurück. Ja, okay. Ja, sie kommen, wir verlängst. Komm, wir gehen hoch auf die Plage. Also, ich meine, wir gehen hoch auf die Plage. Was? Ich rotiere, ich rotiere, ich rotiere. Ah, fuck, nee. Scheiße. Oh. Los, sie kämpfen, los sie kämpfen. Wir töten sie einfach nur. Ja, wir können bis hoch, oder? Ja, hier sind wir safe. Geheißen aus Schädelung. حazen aus Schädelung. Bethesda? Ich bin wieder weg. Geheißen. Hier ist Granaten. einer ist getraut. Schiele kurz? E krackt? Ex Ah, kacke. Ah, Lucy fight. Ah, fuck. Ich hoffe, sie haben einen Sicher-Schuss. Einer ist cracked. Ah, okay. Einer ist one-shot. Halt. Potzern. Ich werde nicht taufen. Lade Schilde auf. Lade Schilde auf. Einer soll lang, dich spielst du. Lade meine Schilde auf. Oh, lang. Oh, schmangen. Oh-oh, die nervt mich. Werde nicht taufen. Bleib vorne, bleib vorne, bleib vorne. Schöne Gülle ist, äh, 10. Hey, ich forriere jetzt. Wir lösen alle Fliegen. Ah, schneid auf diesen. Ah, den, äh, schnervt mich. Muss rotieren. Wir können den nur stehspielen. Ah, der spitzknieglied, du nervt. Ich brauche Schilder. Kommen. Mach, mach. Mach, mach, mach. Mach, 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 mach. Wird. Wird. Dein Fehler, Kollege, dass du mich halt pushen kannst. Gut, gut. Gut gespürt. Boah. Boah, war im Top 2, Mann. Das war schock. Ja. Ja, sie hatten halt den besseren... Spot. Ja, sie hatten den... Aber die Wichser hat die ganze Zeit gesagt, der scheiß Sniper, der tut so genervt. Ja. Aber ohne Sniper hat den eigentlich gemacht. Ja. Ja, gut. Aber gut, Merch. Das war wirklich geil. Boah, Apex bockt ja immer richtig alle, Mann. Putain. Minuten. Entretendi. Super. Man. Was ist das? Nein, ich fahr zu, aber wohl. Wasi. Ich probier mal, ich kann mal Moctane. Schon lange nicht mehr mit dem gespielt. Ich bin mit dem so gut sie weh, so schnell. Das ist euer Champion. Ich bin dir Jägigs, den die Götter gesandt haben. Ah, die du höll mal. Ich meinst ja. Aufbein. Natürlich. Ja, geh mal einfach hoch und dann... zieh mich schon ein bisschen ran. Mein Aim muss noch ein bisschen... Oh, das wird halt Frendin dann. Ich hab mir noch Weinhard spülen. Und durch geht Mochen Wein und spülen. Ja, ich bring die Pianne zu viel zu. Näää. Wir können es probieren. Just ranken, das ist wirklich ganz schwer. Du kannst mit minus 15 Schuhen. Und du kriegst Richtpunkten ab Drittplatzierung. Zurück. Ich öffne dieses Lager auf die altmodische Tour. Ich muss kurz selbst gucken, wenn ich von hier geschickt hätte. Anpassung hier. Hammerpunkt. Achtung, es gibt eine neue Kirchspitale. Oh, Pizu. Oh, da brauche ich. Wurde da gepinkt. Das ist Heimapoint. Ah, hei. Hei. Ich habe schon nicht vercheckt, dass ich keine Pathfinder-Sinne wollte. Ich wollte heute schon den L-In tricken. Das ist ein Evo-Schild. Das ist ein Evo. Evo-Schild. als sie wie es aber man hat man point und r e von rf h so rote schild so sehr kann es nicht nur das kriminelle 6 kranke 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 dass sie wischen schock moment er hat eingekauft Ich komm mal an den Shop. Shoppy Shop. Jagt mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin froh mit Shoppy. Das ist so geil. Der Rastung ist alles, was ich brauch. Soll ich schon mal den Neweb Tower? Asi. So läuft die Boutique. Andi, Asi und Maxwell, wo wir sowieso die nächste Spiele haben. Sie ist vom 5. bis zum 2. September. Also. Spunien, und da sind sie noch frisch. Jetzt weg. Du filmst nicht, Max, gell? Nein, nein. Gott sei Dank. Alles richtig gemacht. Geduld. Schon sechs, die ich gepackt habe, hat uns schon ein bisschen gepaft. Und hättest du da eine Alternative, oder? Karim, ich muss wirklich komplett abgaben. Komplett. Komplett, ich bin wirklich sechs, die ich gepackt habe. Und bei mir ab dem Abend fümmen sie alle. Also der Ball ist so schwer. Boah. Ich probiere mich zu beherrschen. Ich habe wirklich... Dates fümmeln, die ich wirklich mache. Das sind alle, die nur müssen. Ich habe wirklich nicht viel gefümmelt. Ich probiere mich an der Vakanzig. Ich schneide sie kaufen. Und wenn ich verkommst, ich sage, ich bin auf die ich gepackt habe. Dann packen sie auf mich. Nein, du sagst einfach allen, weil du denkst, dass das für immer so wird. Es wird sich viele mehr am Fong sind. Das ist für dich. Du fühlst sich an wie ich nicht rauche. Wenn du das durchhalst. Aber wo? Du bist ein D-A-S-Gefürmtes. Ja. Du bist ein D-A-S-Gefürmtes. Du bist ein D-A-S-Gefürmtes. Du bist ein Voller. Ja, das ist es. Schrengt zu können, ja. Oh, guck mal, wie wir sehen. Mega gut halt. Ah ja. Die war gut. Warte mal… Wie ich sehe. Hey. Wie ich sehe. Na, an die nächste. Oh, ich hatte … Ich hatte irgend-ा-D-Wie geschossen. Na da vorne. Ja ja. Ja, ja. Das hält dich. Ich ist losen. Ich geh nicht vor hinten. An sich komm mal san. Ich fände das hier am Tunnel. Ja, wir müssen da sein. Wir können noch das durchbegehen. Entweder da oder da. Gucken, wie weit wir kommen. Boah, als Octane verlierst du aber viel Schuhe. Ja, ja. Wir generieren es aber auch. Aber auch sehr. Ja. Nämlich zu sehr wie früher. Boah, das ist für alle das. Weil Octane war ein Pain, wenn du den Handler hast. Ja. Ich erinnere es heute schnellste von allen. Wenn sie sich spritzt, du. Oh. Ist schön auch ihr Schock. Kann ich nicht kurz abnehmen. Dann haben wir den heute neugemolen. Oh, hi. Anpassung hier. Schädling. Anpassung hier. Unterbrecher. Oh. Ich bin nicht voll. Sicher nicht. Ja. Da stehst du. Ja, stehst du mal. Ah, die reiht man auf die Granat. Oh gut, das haben ich nicht getraut heute. Wie spätst du, kriegen die. Am Kreis gesehen, wer hier ist. Oh, das steht. An dem Kreis. Hier, Kreis. Äh, Gibi! Oh! 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 Als ob du so einen Pad von mir hast, nicht? Wenn sie den fanden, dann... Ja. Ja. Waschen hängen, ich war gar nicht kaut, dass man wohnen ist. Ich meine, ich gehe in Turb-Party, ja? Ja. Du hast ihn. Ja, auch gepaart vorne. Oh! Ja, ich gehe in Turb-Party. Ja, ich gehe in Turb-Party. Ja, ich gehe in Turb-Party. Scheiße. Ja, ich gehe in Turb-Party. Nee, ist die Ruf voll. Egal. Ah! Ich sehe nichts. Ich habe ihn links gesehen. Ah, das Flatliner ist so... Ah! Ich greife noch ein Support an. Lade nach! Lade die Schilder auf! Lade meine Schilder auf! Oh, Mann, Mann, der Pio! Ah! Ah, die ist hoch! Innen! Ich will bestimmt mein Ding in Berlin, ne? Du kannst ja auch gut die Scheiße, ne? Ah, ja, stimmt. Ich brauche die, wenn ich ruf kann. Haha! Ich habe sie. Ich meine, hoch. Hoch an du! Um da, um da! Quack! Quack! Um da! Quack! Um da! Quack! Ich will auch sehen! Nein, da geht Schuld! Oh! Ich kann sehen, äh... Schulder ist Schuld! Auf! Ja! Ja, das ist aber... Scheiß! Nicht schlimm, nicht schlimm! Ah, scheiß drauf! Spiele Wingman! Da sollen sie nur kommen! Ah, so nachher mein Mensch! Ja, ich komme raus! Na, hier! Teuhplatte! Na, warte! Komm mal gehen, heu drauf! Wir haben einen Entspotterraum! Ah, ähm... Er ist da! Schnell geht, weil wir kaum K.O. Falls man müsste Buschen! Das ist ein Bonnen! Das schießt ihn, da sind Pathfinder! wir können ja die du schüttchen mal die 2 ja problem hast die wichser du hundern von 202 schick dich welches 1 ich verspreche ich verspreche mein 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 ding in die stelle ich gehe in der kraft die klang wichser Mox, Räschertad Mox, Räschertad Mox, Räschertad Moin, Moin, wo ist du? Ja Ja Ja. Oh, Vigael, das ist ein Vigael da. Ja, er ist bereit für mich. Ich habe Geld im Arbeit. Ja. Ich weiß nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin kein Problem. Ja. Danke. Oh nein. Oh nein. Das ist schlecht, mir. Okay, Waffen. Da haben wir eine Waffe. Komm, ich kann die Hauber auf dem einen. Ich kann die Hauber auf dem einen. Ich kann die Hauber auf dem einen. Spiele mit der Rampage. Oder Rampage. 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 Ich brauche Schilder. Ich brauche Schilder. die würde bestimmt schüssten dinge aus der open field direkt toll schon paula so riesen paula wohl wasser vielleicht kriegen sie getötet hat sie na sie war mal na sie war mal Hanna da ist, Hanna da ist, putain. Er ist zett. Wir sind überall. Aaaaaaah. Geil. Ne, Ulti wäre nicht. Oh, scheiß drauf. Ganz so flüte gehören, du beim Tower. Ok, Bloodhound. Wichser. Aaaaaah. Ah, shit. Prowler, es geht mir, diese Waffe ist nur so unprezise. Gehen. Ah, ich muss Pathfinder spielen. Ich muss ihn an hier springen. Hehehe. Ah. Shit. Ah, wir haben gut gespielt. Ja. Ja, und er hat eigentlich Kiel gemacht. Geht da? Ich auch nicht. Ah, ich bin immer schütt. Ich krieg aber nie Kiel gemacht. Oder genug. Morgen. In der Zeit, wo... Ich komm wieder. Ja. 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 Pferde! Ja. Na voll! Ja, wie es ich continger Veterans Argentina gibt. Im Aus Sinn. Ich bin der Chef, meine Damen und Herren. Wie geht es das hier? Ja Oh, ich warte. Oh, ich warte. Ah, ne, die Namen haben wir mit. Geht noch jemand? Warum schießt das? Achtung, erste Treffer. Erste Treffer beim Feind. Erste Treffer beim Feind. Ein weiter Weg zu bringen. Explosives Lager? Das öffnen wir mal explosiv. Haltet euch die Ohren zu. Ihr seid erweitertes Energie-Magazin. Erweitertes Scharfschützen-Magazin. Hier. Stufe 4. Ach. Ja, die muss verbauen noch mal. So. Aha, sein Köst. Aufmerksamungsbehälter. Hier. Tötet mich mit euren Waffen. Wir sind zusätzliche Vorräte für uns. Laservisier hier. Stufe 2. Ich muss mich noch an ihn anfangen. Hm. Gut. Wenn wir Fahrtfreunde holen, könnten wir uns nicht ein Kildöner gut. Hm. Augen auf den neuen Kildspitzenreiter. Hm. Oh, sorry. Ich muss kurz anfangen. Ich höre. Grauen. Hm. Wir sind alle außerhalb des Rings. Aber er wird wieg. Hier ist ein Schrotflinden-verstoß. Stufe 4. Uh. Uh. herrniger lunch gefährlich schniewaktor schniewaktor Da kann schon nicht präcehieren, nein. Alles neu, ja. ... hier. ... mit der Distanz. ... hey, ich bin der Weisbruch. Oh. ... okay. ... okay. ... okay. ... okay. das ist umgeloht hier sind zusätzliche vorräten hier ist ein standardschaft hier ist ein versorgungsbehälter hier ist ein rucksack stufe 2 ich habe materialen gesammelt ich habe materialen gesammelt er ist noch im hoch zurück geschnipt Ich habe Materialien gesammelt. Was für Snipe? Er hat was. Oh, also könnte ich noch gehen, Tom. Nein, Jonas. Da ist noch ein. Oh, ich werde tauchen schon mal. Ja, da kommen wir. Schnell. Merci. Ich habe hier ein Fortschild. Stufe 2. Ich habe hier ein Fortschild. Ich habe hier ein Fortschild. Sie sind? Oh, 15. Ja, ja, ja. Sie sind. 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 Ich hab da richtig so gesehen. Ich hab da richtig gesehen. Ja, kommen wir mal auf die Zippe? Oh. Nein. Komm mal auf die Zippe, Mann. Da geht man auf. Ja. Ich stehe unter Beschuss. Ah, die Wichser. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Ich komm mal auf. 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 Oh. Wo hast du den einen? Ah, hier ist noch rein. Hier ist noch die letzte. Ich komm mal. Ich komm mal. Einde in der Stimmung. Scheiß. Das ist One-Shot. Oh, ne. Das ist noch One-Shot. Komm, du fagst das. Das ist One-Shot. Komm mal auf. Ich zähle deine Batterie. Die Wichser. Warte, ich muss konzentrieren. Ich bin der 2. Ja, High Reven. Und auch mehr. Oder? Anders fort. Oh, ich geh zur Sischen. Ah, jetzt hab ich meine Batterie gezogen. Ja, jetzt hab ich Flit. Das ist One-Shot. Komm. Komm. Mitchell. Komm, Willard. Wichser. Oh, ja. Ich bin hier. Äh. Oh. Ich bin bei dir, mein Freund. Heile mich. Uff. Das ist eigentlich nicht. Aber gut gespielt. Merci. Oh, gut Kohl's, Junge. Kohl's ist immer nicht wichtig. Heuerst nach den Dingen, wenn ich will. Ich will die Goldeschen nicht. Hier ist dein Körperschild. Stufe 4. Okay. Dann haben wir schon. Körperspaket wird ausgeliefert. Ohhhh. Ich gönne meinen Schild. Online Aufladung. Weitestes Scharfschützenmagazin. Hier. Wie viele waren sie? Zu drei? Ja. Nee, irgendwie haben wir schon... Ich habe schon E-Kill. Mach das nicht. Das schadet nach Regen. Das schadet nach Regen. Das schadet nach Regen. Von hinten. Oh, fuck. Ein Digi. Es gibt eine Gelle. Ich denke, das ist noch dran. Muss ein Frucht? Ahhhh. Ich bin hier. Ich schneide nie. Ich werde schliessen. Ich werde schliessen. Scheiße. Sie sind da geflogen. Aktiviere einen Evakuierungsdorm. Ah. Pfff. Ansonsten kann ich die Schnecke holen. Komm. Boah, fuck. Boah, ich Idiot. Als du geflogen kannst du den 7 mal bis bei Eis. Ich probiere ihn. Schon nach keinem. Ich probiere ihn mit der Q. Ah, ich gehe gepusht. Ach so, wir müssen das nicht beurteilen. Oh, ne. Du kannst mich denn bekommen. Aaaaaah fuck. Ah, fuck. Kommen wir nach links bei ihm. Zeig für dich den Clang. Ja? Ja, ich komme schon. Ich verstehe. Ich hoffe, man muss doch alles verliebt. Ich verstehe aus dem Hintergrund. Ich verstehe. Sie fighten, sie fighten, das ist eine andere Squad. Komm bei dir, ich fass. Hülle mein Gullesch und dann hülle ein Klang, hülle ein Klang. Ja, da geht es ihm. Hülle, ich habe mich angewandt. Hülle, ich bin dabei. Hülle, ich direkt durchsetze. Ja, dann musst du direkt, direkt. Okay, dir geht gerade du Geschoss. Hülle, hab was abgekriegt. Und da geht die Tür. Hülle. So. Ich probiere ihn zur Third-Party von Hanen. Hülle, höll seine Sippe. So. Da ist ein Kraber. Okay. Ich heile. Hülle, ich kann ihn nicht verkaufen, ne. Ich benutze, Haken. Der Hing ist in der Nähe. Zehn Sekunden. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Feiere. Komm rum. Wir sind heu. Aufschlösen. Er hat eine Egel geschossen. Er schlagt. Er hat die Egel gebrannt. Die wird verbrannt. Die wird verbrannt. Die wird verbrannt. Ich bekomme es direkt. Komm schon, Box. Warte. Ich bin hier. Da warte. Nee. Schalte ein. Ich bin bei dir, mein Freund. Du sollst den Phönix benutzen. Magnerven. Du kannst ihn. Ich werde da rauskommen. Aber ich meine, es ist kein Plan, Jungen. Ja. 3, 2, 1, go. Gut, gut, gut. Dann können die einen anderen, da ist. Wir suchen nur um ihr Zentrum. Fuck, er hat mich getroffen. Nee. Nein. Ich habe bald Craybor geholt, Mann. Fuck. Er war gut gespielt, gut gespielt. Ja, sie ist selber am Arsch. Ja, ich gucke sie gerade noch. Boah, gut waren sie, ne? Sie hatten 200 Schuhe. Oh mein Gott. Boah. Komm mal, geh raus. Ich geh die Klang fümmen, ne? Okay. Ah, fuck. Ich geh nicht auch zu, noch in fümmen. Gut, mach mal ein Klang paus. Ja, ich geh nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Nein, ich geh nicht mehr. Wie leh ich dir? Da hat es die vermogen. Geh nachred ION, hol den Kopf und beendet es. Jetzt ist die vermogen geplast. Diese Kamera bedacht mir nichts. Die 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 Kamera bedacht mir nichts. Und zwar ganz bisだ. Die Kamera bedacht mir nichts. Die Kamera bedacht mir nichts. Die Kamera bedacht mir nicht. schon die aller erst mal also von vom spiel rauskommst und aller ich mag die aller die war so an die lava mapp und so gehasst das ist schon her wie gefällt Ah, der wickst er. Gut gemacht. Okay, besucht. Ich hoffe, du wirst in einem Mittwoch. Hey, du die Gast. Ich schwöre immer nicht ihn. Wir können ihn. Hey. Gut, 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 gut. Oh, kack, kann doch nicht. 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 Wow, f***, f***. Was ist, die Wixer? Oh, f***, ein Schot. Wow, das war anscheinend der letzte dieses Quads. Sagenhaft, ich bin der Leiter. Oh, wir kriegen Besuch. Eine Minute, der Ring ist nicht bei FEC. Ja, wir kriegen Besuch. Weltser, pass schon ab. Dass sie da ist. Oh, kack. Wichser. Oh, kack, f***. Tati, guck mal. Boah, das hat sich schon gewonnen. In der 2, jetzt in der 2. Ne, guck kurz. In der Po, jetzt in der Po. Ich kann nicht mehr. Ah, die Wichser. Nee, jetzt ja kommt von Honnen. Scheiße, Schatze. Nee! Nee! Oh, hat es einfach gewonnen. Okay. Nee, 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 nee! Nee! Haha. Mann. Komm, 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 komm. Nee, 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 du kriegst mich nicht, du Wichser. Bitte, bitte, bitte. Willen. Ja. Ja. Ah, einmal das getötet Party, ist ja so schlimm. Hm. Wo wäre er, Banner zu holen? Ist es ein Zippe? Nee, noch nicht. Ah. Ah. Okay, das ist ein Hall. Ah, ist vorhin dran. Längst so sagen die einfach zu wegen so. Oh, ne. Brausam. Du? Oh. Ganz wichtig. Mal probieren, mal nicht zu klatschen. Weil ich nötig hab, ich mag nicht leben, mir. Im Dr. 2 habe ich schon mal gesehen. Ja. Glätte, mal jemand kriegst du. mann nicht gescannen und lebt fort anscheinend kommen look mal so bis neiner weil die scheiß die planen die jungen das war nicht so wie zisch wo kommen sie da sind sie als necker wach ich lenken sie so schwer gegen drei stecker in dem spiel das so schwer löse löse und da bin ich hoffentlich nicht der einzige ich weiß nicht was aus mir wird aber es wird atemberaubend sein das tut mir dann gut kommen wo sind ja oh ja lifeliner sonnetschlag von die dabei das ist euer champion ich hatte mal max im team mit ihm immer lifeliner gespielt wenn man nicht gedauert war das ist so scheiss wir starten direkt an der mit der kreis die im team schwenken die sie mit ne 2 oh mein gott so meine teiner die 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 pusht gut gemacht freunde erster treffer ja das in der da ist in tairo von reinziehen wir pushen zu drei was den anderen die dosi schuhe Nein, nein, nein. Oh, Mann. Oh, mein Gott, du bist so fad. Du fad. Das Spiel ist durch die Turd Parties. Oh, fuck. Und du bist auch im Gudeo gefangen, ey. Ja. Oder Mann. Mann, erzähl mal. Wie ist die Mann, der Spieler, oder? Okay, von XBOX, oder? Pers FENAT. Ah, schlitz. Ich will gut newfang. Ihr als Mann, der Spieler. Pers FNAT, oder? Na ja, die Beste sind verändern! Also, vielmehr aus XBOX-Mannann, die Beste sind rauskommen. Evils, gebaute. Gamecube. Xbox. Jetzt hast du Gamecubes. Geht! Steffi, du spielst Apex auf der Switch. Ich will mal ganz Team, nice Healer. Was ist der letzte Spiel dann? Den X-Hamster ansehen, den X-Hamster. Joa, das wird nicht ansehen. Er spielt nicht oft. X-Hamster. Ah, es ist ein Jumpmaster, komm, ich gucke mal, wo wir können landen. Ihr geht direkt an den Hardzone. Ja, ich freide an den Hardcore-Modus rein. Ja. Wenn Sie uns einen Pred-Rund bringen können. Ja, das ist momentan auch ein zu der Fall. Die Anscheinung, wir wollen. Wir können auch Lands probieren, ne? Nein, nein. Das schade, den ich eigentlich den Pred-Rund hat. die nicht bei der ersten Saison rankt, also die erste Saison, wo rankt drauf war, war Senor Predator, come on. Hier so dämmel, es war schon schwer. Mir war wirklich gut. Das war eben in den allrunden so 2 oder 13 Kills, gemittlich. Mein Rekord waren da, ich weiß mal, 70 oder so, ich weiß mal, nicht richtig. Und war noch ganz am Anfang. Ich hab ein paar Materialien, sieh auf die Karte, bis zum nächsten Ring ist es ein Oh ne, ein Hammerpoint für den Pinkton einfach für mich. Danke für Ihr Follower, danke. Hier ist schwere Munition. Lass dem Max da bisschen Liebe. Bisschen Max mehr Push in der Schung. Und das können wir auch mitrufen. Ja. Oh, hi. Gnabels in Heilung. Hier ist eine Spritze. Da krieg ich ihn auch gerade. Die haben johlig. Die haben sechsmengige Teige gefeiert. Der Tisch, wir können hier aufgruhen, looten und dann Portal, wie er verreist. Wir sind ja. Oh, ich sehe schon Blutfelder und alles. Ich höre es in den Farbpfeil. Das ist für Waffen. Ich höre es für den Hatsch, Linger Nunch. Auch der Flatline konnte ich noch nie spielen, obwohl die Gooders konnte ich noch nie Mathev spielen. Aber du musst Linger Nunch aus genervt gehen, aber du wirst kein Magazin hören, das ist scheiße. Und du schießt die Kugel an. Das ist mega scheiße. Schön mal 300 DM zu gucken. Ich hatte ja schon mal gut gespielt. Das ist gut. Ich habe hier eine Anpassung. Der Booster der Lader. Alles klar? Da kommt ein Care Paket. Hier ein Morbina Respawn Sender. Das war sie. Okay. Das ist gut. Und dann sollen wir hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich bin hier. Ich bin hier markiert. Komm, komm, komm. Hier ist markiert. Ich bin hier. Ich bin hier. Also, das ist das auch hier. Ja. Jaja, komm Oh, ne Goldschuld schon, die Wichser Ja, die ne Goldschuld Ey, Kleingwichser Wann sie loot den Gibi-Ultu hintergeheizt? Da gehen sie vollgelatzt Bei seinen Kuppel und gleich vor dir ist Ah, der Portal raus, scheiß Wir haben ihn heute gebrochen Geis Hi Ich hab schon mal die Kerppakete gefreut Hopp Dann hast du eh Moved Schuld sicher dran Er hat Moved Schuld, kann ich ihn well Ich schau mal rein Ah, an Heid, ich mag verloren Du, du, du Lustig, sie muss von Eifischen kommen Termingranate unterwegs Werfe Termin-Grenate Ich hab wirklich schnell, ich weiß nicht Das ist dein Ding in... Ne, das ist dein Ding, oder? Ne, ne Ah, das Ding... Kein Ah Komm rauf, komm rauf, geht rauf Ich gönne meinen Schild in eine Auflage In der Streckung, da kommen Sie kommen Ja, kommen Ich hab dich jetzt gut Werde beschaffen Ich bin ja es noch Können wir deinen Drohnen holen Ich bin ja es noch Ich bin ja es noch Was sie Was sie wollte, Max Vombo Was sie euch haben Was sie erwischt Was sie lieben Dann mal Ja Ich komme rein, nun mal Mich ne Komm, wir nutren uns natürlich We без Böse Sie werden noch in eine nacht Neue Pro Lege meine Schilde auf Dann nochmal los und dann Wacht mal rein Ich repariere mich selbst Ich fordere ein Lifeline-Paket an sehr gut, nein Kastor 9ke moved shield oh gold shield, ah f**k er hat es mal in knockdown shield meinst sie kommen von nahe her oh hegel geschossen die muss denn oh ne ne anderen da ist k**k k**k hei hei er soren so komm mal pushen den, den er solo f**k, ho ne tschüss ne auch hundertmal oh 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 schild aktiv die Gegner schießen auf mich na de na ich benutze mein phoenix-kit ich gönne meinen Schilden eine Aufladung getrohnt getrohnt nur ein Kratzer getrohnt dank da ist die Manna schau mal her ich werde beschossen oh gescanned da ist ein bloodthorn da ist da ist ein Ewa da ist oder oooh komm herauf, komm herauf komm herauf, komm herauf schmecken die hoch Ich bin beschossen. Nee, ich finde mich vollkommen. Einer ist down. Einer ist knock, Max. Ja, ja. Bautst du? Na, Jürgen. Warte, warte, warte. Ich komme. Ich werde noch so... Oh, 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 heilig. Ich werde noch so... Ich werde noch so... Oh, 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 heilig. Einer ist knock. Propa, propa gespielt. Propa gespielt hätte. Ein weiteres Gehner drohen. Heiler, da kannst du saven. Eine heilig. Oh, ich wollte gerade schon dem Ding singen. Oh, mein Gott. Was ist Schild da, Bippo? Ich will dann... Okay. Kann da nach... Kann da gehen. Abpassen, abpassen. Komm her, komm her, komm her. Das ist schon Hitze-Shield. Pick mal, wo ich das soll machen. Ja, in die Richtung einfach. Das war fortkommen. Das sind Zeit für zu healern. Wer will mal eine Seilrutsche benutzen? Ja, ich. So. Sieht aus, als gehen wir da ein Care-Paket. Immer gute Sachen drin. Weil hier geht es den... Ein Kösch, die kann einen Job mehr an jeden Fall. Ah, du auch sagen, ne? Ja. Ja. Ach, schon da zwei gehen, ne? Ich hatte da zwei, äh, schon zwei Assists. Hi. Da ist eigentlich für die Marks, äh, für die Dinge, ja. Ich kann doch noch länger gehen. Hi. Wunderbar. Es ist schon Hitze-Shield da. Und K.O. Okay. Hatte ich... Das rein hat eh ein Schüsse mit dem dicke Magazin. Hatte ich... Salut! Hi. Wie viele Hauwe sind da? Ich hab mir gut gesehen, dass er geschrieben hat. Durch die ganze Strasse. Ah ja. Ah, ich kann doch mal die Hauwe. Boah, ich gucke, ich weiß eigentlich mal... Hi. Ich will nur mal die Chip-Paket. Ich habe einen Ulti, ich... So. Ich muss meine Hauwe. Ich meine, sie sind auch Hauwe. Weil du meinst, können sie schon kommen. Ja, hi. Hi gesehen. Komm, komm, komm. Ich gucke, ich gucke. Hier drüben ist ein K.O. Ich gucke aus dem Magazin dran. Ich gucke aus dem Magazin dran. Ich gucke aus dem Schild. Hier ist ein Standard-Schild. Ah, ein paar da, hi. Hi. Standard-Schild. Ich gucke aus dem Schild nach. Ich kann ihn nicht tönen. Ah, meine, das ist nicht lange, das ist schon rot. Ah, ich kann ihn tauschen. Ich gehe große Batterie und ich brauche Klinge. Ah, ich gucke eine kleine Batterie. Okay, das ist gut. So, dann hör du die Graus. Ah, ja. Hast du das gesehen? Ja. Hast du mich gesehen? Ja. Oh, der Wichser. Oh, der Wichser. Oh, der Wichser. Oh, der Wichser. Los jetzt. Sag hallo. Ich gönne nur meinen Schild in eine Aufladung. Ich meine, das passt mit Ihnen an die High-Richtung, ne? Ja. Äh, woher mal High-Round? Hi, wir können hier raus, da kein Doors. Ich probiere gleich einen Gesiebtrupp zu machen, oder? Oh, bist du in Ausnahe? Kein. Das ist kein Doors, das ist gut. Sehr gut. Oh, ich habe einen Graber. Der ist nicht so gut, der ist nicht so gut, der ist nicht so gut, der ist nicht so gut. Sehr gut. Wir sind alle im Ring. Da hast du noch keinen Gesiebtlein. Ah, dann nimm mal die High-Round. Ein Kehr-Paket, ich liebe diese Dinge. Okay, High-Round. Okay, High-Round. Nee, High-Round. Also, das sieht nicht so aus. Top, top. Das sieht nicht so aus. Okay. Das heißt, ich muss nicht zählen. Das High-Round ist keiner für mich. Also, in uns. Fenix-Kreis. Nee, nee. Du kannst halt nicht mehr. Ah, shit. Okay, ich bin so. Das heißt, ich bin so. Iwag-Tower. Noch Sniper-Munie, wenn ich brauche. Boah, der Räscher ist weg. Ja. Ich gesehn sie alle gut nachher fighten. Ja, jetzt erfighten die Harnen. Ziel da drüben. Heu den Zippe geholt, hei hei. Los sie, los sie kommen, los sie kommen, los sie kommen, los sie kommen, los sie kommen. Los sie kommen, los sie kommen, los sie kommen, los sie kommen, los sie kommen. Ein kleines Surpreis hier bei den Jungen. Hei. Das ist One-Shot-Indo. Oh, es sind da zwei. Oh, fack, 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 fack. Oh, ein Puppe. Oh, ein Puppe. Ah, jeden war da ist. Hey, drohen, 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 drohen. Ich geh mal in den Zischen. Nee, Meng Meng Batterie. Es sind da zwei. Ich bin da. Ich komm in den Turb. Es sind da zwei. Nee. Kein. Das ist echt schlau. Die Harnen. Gut, 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 gut. Ah. Den Ding in der Stereffer ist aber so un' Phönix. Ruf, ruf, direkt ruf. I genau so un' Phönix. Ne, so ne Phönix mehr, Dinge. Oh, pack auf, zun zu zu. Nee. Oh, der Kopf erscheinnis. Oh, fuck! Nee, oh, mir war so gut in der V. Ja, oh, shit. Und plus, bei mir haben wir viele Ideen. Ja, da sollte nur noch warten. Ja. Ich meine, es ist ein Heiko und da kann ich nicht abgehen. Ja, weiß nicht viel. Ja, drumherum mein ganzes Computer. Ja, come on. Ja, mein ganzes Computer dekundiert. Na, okay. Psch. Ah, das nervt mich bei der 3 Nadine. Von Zuduki Magazin droht Puls. Ich war aber dumm vom Bloodhound, nicht zu pushen. Ja, weil der Bloodhound den auch war so einfach Blond Ruggler. Der war wirklich Wann schon, oh mein Gott. Mhm. Ich sollte nicht die Triple Take Haaland schon länger holen. Ich weiß nicht, das ist immer schwer. Entweder hüllst du Snipe an einen Pump. Ja. Dann hüllst du einfach nicht wirklich etwas, ob wir mitreicht. Ja, genau. Hüllst du einen 3-0 lehnt, dann hüllst du eigentlich für wirklich gut, kannst du auch Distanz spielen, ja. Oh. Nee. Ja, das hat nicht aber so gedacht. Und dann hüllst du einen Sniper, und dann passt die Inschwung bierst, okay, und da gehst du gepusht, dann schließt man den Sniper wie Bunjul durch. Ja. Dafür hat man sich erschaffen. Wenn ihr zu mir haltet, halte ich zu euch. Ich hab's drauf. Glaub mir einfach. Das ist euer Champion. Ihr wisst wie ich aussehe, kommt und sucht mich. Ein großartiger Tag, um Jumpmaster zu sein. Wo ist er sprangen? Hm. P-p-p-p-p-p. M-I-C-A-T-N-K-I-P-I-N. Also, ob ihr von denen gebaut habt. Ordentlich seid ihr bereit. Ziehen wir's durch, Freunde. Ich hab immer mal einen Gar gespielt, den hat Lifeline immer mal, Lifeline genannt. Ich hab's so genannt. Also Timon hat das. Das ist Lifeline. Okay, wir kommen ja hin da, Trier jetzt. Was ist? Weil ich schweigen sie hin da, links. Ah, nee. Okay, da kommen wir hin da, links. Oh, vergiss nur den Weg. Oh, vergiss nur den Weg. Oh, schwind nachgepackt. Wie so rum. Oh, nee. Kauß dich. Meine Güte. Ich habe keine Waffe. 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 Das ist ein One-Shot. Okay. Dustin, geh hin zum Nieren. Ja! Ich habe keine Kopfschauen von foughten. Dankeschön. Wir töten dich nicht. Ich hatte Angst. Nein, weil es geht. Hier ist noch ein... Hier ist mein Drohne. Gut, die sind schon rüber. Ja, gut. Okay, es ist gar nicht gehen. Ich bin schon allein. Oh, Speedfire hat einen Mofen-Magazin. Ganz tätig. Der ist Alan. Hi. Ich komme noch mal rup. Oh. Oh. In Gölsch auch nicht davon. Oh, geil. 3 aus 4 den 3 0 lehnt. Oder ein Ding an uns. Oh, das kommt schön. Das ist noch schwer. Das andere Team aus Heu. Das Party. So machen wir mal. Dann Party mehr Mod. Auf den neuen Kirspitzenreiter. Äh, was Heu? Ja, das ist ja gewesen. Heute ist nichts am Start. Hallo. Meieee. Ist fertig gekommen? Nein, es ist noch ein Stimme mit dem Marsal. Jetzt ist es gewusst. Wir haben noch zuvor. Heute sind wir heute. Ich wünsche euch für die Spiele. Spiel mal Dingern. Oh, heute ist eine Party auch. Ja, jetzt ist eine Third Party. Ich gehe nach. Vielleicht gehts da lang was Gutes. Werfe Bogenstern. Zum Heu linksrand. Den hast du genockt. Den zu du, äh. Die brennt. Den hast du. 1 3 0 E. Kommen. Da darf ich von ihnen heftig genockt gehen. Heu get dressed, heu heu. Ja, I get dressed. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Ich habe keine Granate mehr, fuck. Ich komme hin. Oh, heute ist das für drei Stück. Mehr. Ja, das ist nicht. Nein, das ist mein Fehler. Nicht schlimm, nicht schlimm. Aaaah, blöd. Schei. 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 Als ob sie will einen Alternator. Ah, wirklich ein One-Shot, Mann. Lade Schilder auf. Ah, ist der noch nicht drüber kam. Ja, hast du gesehen? Da ist Hank geblieben. Haha, ich wollte heute natürlich sein. Ich fand den Charakter. Haha, ich muss leider heu Buche, weil sonst sie nicht direkt. Ja, du kannst ja, äh, wie, äh, ja. Zum Crafter, so, und dann, äh. Wo hast du den nächsten Crafter? Ah, direkt bei 4. Hank. Ah, nicht du mehr, du. Höchste Punkt. Ah, also, ne. Du weißt, wenn man durch Punkte. Ich sag, ey. Ich hab' keinen Punkt mehr. Ich mein' nicht. Du hast längst Container. Du, höchste. Du wirst dir die Wolke. Du kannst noch mal. Kriegst du von den. Du kriegst um englisch 10. Oder 15. Schöne. Jetzt wirst du noch Container. Du wirst. Ja, schon gesehen. Na ja, also noch ein. Oh. Ich hab' sie geholt. Ich hab' sie geholt. Ja, die Flayelo wahrscheinlich. Ja. Ich hab' sie geholt. Ich hab' sie geholt. Ja, diese beide. Ah. Ich hab' sie geholt. Boah, schon eher an uns Punkten. Ja, halt doch sein Kursch. Vielleicht schau' sie ab's drauen. Oh, hab's schau' sie. Schau' sie schau' sie. Wann ihr also? Ich hab' sie geholt. Ich hab' sie. Ich hab' sie geholt. Egal, ist schon ein Zip. Ne, der Wichser. Fick das. Oh, ich höre sie. Ja, ich höre sie. Ja, ha, 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 ha. Wienste das Stift in der Darm? Boah, gut links, weil er Kraft da. Mehr gut, da passt der andere zu. Oh, ne, heißen doch, ey. Hat's denn da überall? Hande da, man weiß. Wichser. Schaß, nie Flatline. Naja, du war dumm. Fels egal. Ah, es ist nicht geil. Wo, 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 wo. Tschüss. Ha, 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 ha. Third party. Wo, wo, wo. To why is it? Ne, ne, ne. Weg, 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 weg. Ne. Ne. Weg. Come on, come on. Weg mit. Weg mit, weg. Jan. Weg mit. Oh mein Gott. Ah sitz ich noch zu flüchten von einen größeren Team Team, an dem nächsten Team Rongele. Ich bin nicht nur, wie ich hier hättest, ich bin ich gerade bewegend, abs lemon années. Ach, la la. Das war wirklich geil. Wenn du da réussi bands machst. Ja das war wirklich really doll. Die haben noch zu hart. Du hast sie durch die harte Bänke, oder kannst du das hören? Also siehst du wirklich häftstöche an, oh pizzer. Ja, ey. Bring' wir's zu Ende. Jemand, Mami, hier. Ich kann kaum erwarten, dieses Match zu gewinnen, mein Freund. Ich darf vorstellen, euer Champion. Macht euch bereit für eine Lightshow. Ah, okay. Wir haben eine andere Map. Aber... Wir haben einen guten Platz. Du musst mal gewaubt kaufen. Ja. Ah ne, er ist ein D-Heil-Map. Ah ne. Nichts als Dreckshow mit dem Team. Oh ne. Oh ne. Wir ziehen lauter Leute. Ich hasse die Map. Ich bin hier fallen. Ah, natürlich bin ich kein Muni. Das Spiel verarscht mich. Ich bin aber so scheiße. Olympus. Bring' wir auf. Bring' wir auf. Oh, ich fand' ein Nimmelssnipe. Ach, ich hab' ein Nimmelssnipe in der Heil. Ach, ach, ich hab' ihr gehört. Ach. Ach, ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach, ach. Rufen Nachrichten, wir sind demnächst Ja, ich kann den, irgendwas Wir haben das letzte, damit die es aufgeschlagen Mit dem hier Ich probiere gerade durchzuschießen Oh, sie bei ihr ist ja geil Momentan nicht Kommt in meine Richtung, meiner Wie bist du denn da? Keine Sorge, ich bin hier Ich höre Stabs, ich höre Stabs Ich höre noch Stabs Ich bin bei dir, mein Gott Schild, werden aufgeladen Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung Dieses Fest Keine Sorge nicht so viel scheiß iphone er mit ihr footy machen ich komme in der richtung die erste woche weiten die hoher ich kann es halt so was sie hat hin die gibt ja ich muss das zu Hause gehen kommt da drüben ist ein Care-Paket boah packen wir das Bühne, dann bist du weit, ne? ja, wir sind das mal ein Schuhhai Besuch kriegen demnächst zwei Steps boah, ist auch fertig also, wir laufen nur an, ja oh, komm mal, Rote, ich meine besser, wir lootiv dich, bis du das ja, komm ich bin gut in echt wir können hier rupen, no vamos Trampage, die Waffe, oder wie ich zu Rampage, das ist nicht so schlecht, mehr keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich finde, der soll hallen oh, geil, guck's auch hier ist eine Wolldämpire ich kippe mal länger, wo ich so lange bin, ich bin hei hier ist ein erweiterte Startpistenmagazin, Stufe 1 hier ist ein erweitertes Leichtesmagazin, Stufe 1 alles, wenn wir da rein das ist schon noch die Schwert, Mekka, ey oh, da kann ich gebrauchen hier ist dein ultimativer Beschleuniger genau, mach mal, mach da hat es dick viel Fights na, komm mal, guck mal, guck mal ja, komm mal, probieren wir mal, klicken wir haben immer Ralf, heute meinst ich mir an Rampage, mit einem Termitgranaten, oder facete, ich mein, probiere ollen Siepplein ein, dass ihr noch oh ja, alles fertig du, kannst es dich mal, wirst du ihn noch ja, ich habe jetzt mein Rampage, schon bereit, dann gib mir ja hallo aufladen wieso mischt er denn da ok da ist drauf wo muss ich hier mal heuer sehen ich habe es gestürzt ich habe jetzt oh mein gott okay jetzt das noch was war wo oh an ich geh bis zu hoch ich gönne meinen schild in deine aufladung das hier von ihnen ist schon dort ah 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 die fotzen oh mein gott die rampage ist ein scheiß wieso ich die abgeholt ich bin bei dir wie wirst du heute nicht mehr stehen ja und schickschwie schritt gemacht bappo jo ich weiß denn dann auch mein fieser in euch haben oder gesagt du wirst du die lastreide ich auch was gemacht die laste schreck ich will schon immer kommen und du krieg vier brosleien fein ich meine dann kämpf wird nie mehr unten kommen ich meine dann kämpf wird nie mehr unten kommen boah ey schön da ist schön da hat du dich kastrat hihihi 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 Hi revolution hihihi laws hihihi ha KAREMBI ls hihihi Oh, da werde ich halbstehen. Ah ja, ist richtig. Ob er vielleicht mein Freund werden will? Was hat er denn? Oh, Mann, 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 Mann! Ich habe eine Suche. Ja, ja, ich bin sicher und weg. Keine Waffe? Nein. Der goldene Rucksack. Hopp. Kommen wir drumherum. Kommen. Nein. Leid, nein, das ist doch gut. Ja. Ich habe noch, ich habe noch. Hundert mal, Hundert mal, Jungen. Ich habe dabei, Max. Der wichtigste Swanshot, nicht? Aufs Lenk. Nein, ich kann nicht. Von den anderen, von den anderen. Mal Kuppel, gib mir Kuppel. Nicht. Killed aktiv. Stopp. Eine andere Spanish Squats. Gut, gut. Ah, Mann. Nee. Schwarz. Ja, tun wir eigentlich Chance. Egal, schon der ganze Squad ist, Nigger. Lass sie vorkommen. Gut, du kannst also... Und die lernen. Ah, sie pushen mich, sie pushen mich. Guck jetzt. Ah, sie pushen mich. Ja, sie pushen mich, die Wixer. Seh schon deinen Arsch. Tic Tac, siehs der Klack. Soll ich echt irgendwie craften, oder wie? Ja, ja, Hanata. Also nicht du, mit Hanata. Was sagst du denn? Ja, die... also nicht du, mit Jodorob. Wie nennst du das? Blut. Container. Äh, die Dillion aus Farbeblown. Ja, äh, wie soll ich das? Du, jetzt, jetzt. Und du kriegst du. Du, du... Du, du... Du, du... Nee, nee, du musst als Kraft gehen. Und das ist du. Eherunter, also Rietz. Nee. Einfach in die du Richtung. Du, und da Rietz. Du, Rietz. Ander da. Ping, 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 ping. Nee, ich kann nicht pingeln. Du, längst. Rietz, Rietz, Rietz. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt! So, was ich von uns sagen? Oh, was die Scheißler? Ach, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt... ich suche noch ein container haben wenn man das durchgeht wo sie der war der trailer zu gucken bitte ich vercheckt ok ja geht gefreut doch an den jungen die mich alle die haben mich gut gesehen dass ich das ich von ihr probiert und zu reisen also irgendwie sind das partein immer so fertig Ja. Das lebt, ich komme knapp zur Hau und aus dem Action. Wo hast du den? Den hast du auf, wo ich gepinkte. Den kannst du auf. Den hast du geklappt. Den hast du auch einen. Oh, ich kenne mal die Lüse. Der hat Autisten gepinkt. Ein Feind aufgeschaltet. Du musst nachladen. Oh mein Gott. Puh, den ist auch los. Das wäre eigentlich nicht wahr. Teabacken müssen, teabacken. Hei hei so. Didi, 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 didi. Oh, fuck. Oh, ne. Ach, sie so dumm, könnte einer längst pushen. Oder zu der Solo-Q. Ach, sie direkt gestört, oder? Ne, ne. Ah, okay, das ist die Team-Mates. Sie laufen nachher rum. Ich brauche Gesundheit. Ne, du hast ja nicht Gesundheit. Ich schwöne. Wir können doch schnell kraften halten. Und, yay. Ja, na, na, na. Das ist noch schön. Das ist noch schön. Wir haben ja nicht. Wir haben ja das. Wir haben ja auch nicht nur lebt, Junge. Eine. Ja, 301. Wir haben ja gerade etwas her. Hier ist mein Off-Sink. Wir fachfüssen. Ich hab alles so wie gesagt. Den Hei ist nicht mehr. Wie die Kavin schläft noch nicht. Das kann ich auch nicht. Ich muss ihn gerade rauslegen. Ah. Ich geh in High Ground, Jungen. Ja, ich geh direkt bei hin. Endier sein nun, ne? Ja. Oh. Was ist sicher? Nee. Dann natürlich dürfts ja nicht. Wollt da rein. Max, kannst du... Ah, nee, du kannst eine Drop kommen. Nee, egal. Aber ich probier aber dich. Ich komme, ich komme. Bisschen Crit, Max. Sind ja pure. Andy, ich komm bei dich. Okay. Nee. Das ist wirklich schlau. Ich bin hier. Ich bin hier. Wingsmann. Ich geh in Nandi. Ich geh in Nandi. Das ist schon... Hey. Hey, Quaver. Wer ist denn hier? Oh. Ich nehme was der Wingman aus dem Nagle. Ich bin hier. Ah. Ich nehme was der Wingman aus dem Nagle. Der Spitzknibli. Hey Quaver, aber nicht. Graber. Graber. Ich weiß nicht, ob ich mit der Craver so ein Spiel lernen soll, obwohl die schon geil ist. Wie war das? Die Zone hier war mal gut, ne? Der Ring ist ganz in der Nähe. Weniger als eine Minute. Und Wingman war schon geil, Mann. Na ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Wingman, also Sniper. Lade Schilder auf. Ich benutze mein Phoenix-Kit. Portal bereit. Ich weiß nicht, Wingman will endlich voll heiß in der Küche. Hey Leute, ich habe hier Scharfstützen-Munition. Oh, das war doch nicht mehr. Zehn Sekunden bis zum Ring. Wenigstens ist er mehr näher. Zu mir ist das sehr slow, gell? Ich bin der Team über die Weakland. Oh, scheiße. Ja. Das hat sich sehr gehealt, dann. Mit der Wichser. Mit der Clifline. Wow. Wie hat mein Team mit der Clifline gesagt? Clifline. Clifline ist scheinbar. Die Flieger. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, Italiener. Italiener. Italiener, let's... Lefline. Lefline. Ich weiß ja, Leflin ist Lefl. Hey, kann man nach Kraft dann? Ein Care-Paket, ich liebe diese Dinger. Der Polis ist immer Toppa. Da drüben ist ein Care-Paket. Oh, älter. eine team ich spiele der der gewinne in halben gekauft von der welt kann in würde ich bin immer bereit sie kraft sie mein schilder einfach W-Kill spielt 3-mal mit Feier, da ist die Feier-Kill, das läuft. Da kommt dein Replikator. Ja, für dich, der wird mich nachher köstchen ab, dann hörst du da raus, stehst du die Brause denkbar und dann entweder lässt du fort oder gehst und fahr. Ja, das stimmt. Oder du lässt dich stehen. Oh, du bist wie Nandi, du stehst. Oh, du klaust die ganze Loot. Ja, das stimmt gar nicht. Die BASH-Teammates sind, wenn's dann fightbar, sonst er looten. Oh, als Party. Ich geh für links, High Island. Ich geh High Island lunch. Ja, komm, schau mal was. Das läuft nur, wenn du willst. Ja, mir geht das auch. Ja, zieh lauter Team, sorry. Oh! Oh, drei Bannen. Werfel-Termin-Granate. Geht ja schon um Stress. Oh, ein noch. Feind neutralisiert. Feind neutralisiert. Ah, scheiße, das fand ich zu lösen. Da sind wir beißen. Was ob. Ich geh gepusht. Hier ist ein Eroschild. Stufe 3. Lade meine Schilde auf. Ja, hier kommt er. Da kommt ein Care-Paket. Ich liebe Beute. Muss aufpassen. Da greift noch ein Spot an. Wo? Wo sehen sie? Lade meine Schilde auf. Also, Trade-Crewd ist noch da, aber nicht gestören. Ich leg mich zusammen. Ah, das ist ein Schild. Mal pushen, sonst hast du... Ja, hier haben sie gestürt. Ja, hier haben sie gestürt. Ja, hier haben sie geschossen. Oh, fuck. Nee. Das ist gefährlich. Ja, hier haben wir stehen. Oh. Oh. Schuss, Freunde. Ich repariere mich. Ich behalde mich. Ich hab die Gesichter. Ich bin unter Beschuss. Feinder Bruch. Ich muss meine Schilde aufladen. Lade nach. Dein. Ich kriege besucht. Ich bin beschutzt. Dein. Befuhr jetzt. Hold on. Helder Beschuss. Termitgranate unterwegs. Termitgranate unterwegs. Lade nach. Beile mich. Zwei ohne Sekunde. ich gönne meinen schilden eine aufladung repariere die sind nämlich full team mensch und 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 Oh, passt das, ich bin auch nicht. Mann, ich hol's dir, hol's dir. Ja. Mal kuppeln, mal kuppeln. Ich gucke mich. Geil. Ich werde kein Elektromonieren tun. Ach, heute. Ich bin schon bis vorne. Soll mal auf den High-Ground gehen. Ah, das ist schon ernst zu suchen, man. Fuck. Ach so, wir gehen auf den High-Ground. Wollen wir pushen den High? Warte, ich gehe auf den High-Ground, ich gucke. Sind zwei Teams, sie sind nämlich ganz. Na, heiß, guck hier, Mann. Da sind's ja furcht. Warte, warte, warte. Du werd mal gewonnen, Junge. Ah, nein, nein, du, du, du. Eröffne Feuer auf den Feind. Das Fahrzeug ist, die andere Dinge. Ich bin schon für dich. Wir haben nicht geschürt. Stehe unter Beschuss. Ei, Wichser. Ich warte, ich helde dich. und die du wollen wir die du wollen wir jungen easy das nehme ich das 3 gegen den mensch ich mein es ist ein fuhr heuer oder so aber wir müssen nach verdeckung bleiben was sie wirklich ist für sie schon lange gespielt ich war mal die gewandelt mir ruf ich meine sie bleiben und ihnen ich gehe auf den high ground gucken und das war mal ein ding gebläufe ja 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 zu dem ist auch wie sehr genau steuern stehen Lasst uns den Weg dann nehmen. Okay, dann müsst ihr da rauskommen, oder? Ich hoffe. Nein. Wer hat die Türme an, oder? Wer hat die Türme an, oder? Nicht, dass er von dir die Türme ist. Ja, nein, die Tür zuhören hört schon mega krass, oder? Hä? Hä? Was hat der für einen Hacker? Da. Du stehst mal instant da. Ich stelle da vier. Bring es nicht weit weg. Du musst du nur stellen, oder? Ja, wo soll der sein? Am Büsch habe ich vielleicht irgendwo gekämpft. Ah, hey, hey, guck. Oh mein Gott. Gigi. Ihr seid die Apex Champion. Oh, mein Gott. Wollt denn denen nur schnappe schlafen und drohen. Oh, das ist schlafen. Ha, 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 ha. Oh, ja, ha, 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 ha. Du sf már 이 Metal 썅%, Fakul? Yuval, ng 만들까? Ha, 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 ha. Ich hab's gespielt und dann die nächste, Junge. Ja, direkt im Inneren. Speedfire und ähm, wie ich die anderen kackfaffte. Wingman ist ein guter Kombi, Mann. Ich weiß, dass sie sich da verstoppen. Ich war französ. Ja, bestimmt. Ja. Oh, man. Das Spiel läuft, ziehen wir's durch, brothers. Oh, mehr sind Scherps. Ich darf vorstellen, euer Kämpchen. Ich hoffe, ihr habt keine Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Ich bin der Jump-Meister. Ich lass euch fallen. Ich bin der Jump-Meister. So, wer leidet den Dinger? Hab mal gewandert, oder nicht? Ich stehe für die Rechte. Oh, Mann. Ja, heiß ihn. 1, 2, 3, 4. Gehen wir da rüber. Ja, komm mal probieren. Nein, das ist schwer. Ich fahre noch mal mehr auf. Egal. Ich bin der Fall. Alter, facht man doch mal nicht. Nee. Ah, komm mal hier an. Ich weiß doch. Komm mal nach hinten. Direkt weiter. Hören hin. Ja. Ah, ich mach gar nicht aufgehauen. Erster Treffer. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach sie, sie weitergeladen. Ja, hier mal gucken. Ich mach sie, wie ein Hai. Nein, aber anders gehen. Also, wie sehen wir so aus? Nein. Wann bringen? Oh. Oh. Ich bin nicht schwer. Wingman. Ich will schon hier noch mal. Eine Minute. Der Ring ist nicht weit weg. Hier ist ein Triple Take. Hier ist ein erweitertes schweres Magazin. Stufe 3. Sehr gut. Der Ring ist in der Nähe. Weniger als eine Minute. Auf gehts. Hallo. Ick. Yuck. Für den Wingman. Ach, der Ringman. Ach, der Ringman. So, hier ist es. Wir sind da. Wir können einen Hornenzip holen. Oder wir spielen uns safe. Aber ich warte bis dass sie kommen. Wir pushen. Oh, hier sind sie da. Schmeiß Granate ran. Ja, Solo. Nee, das ist nicht Solo. Oh, 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 jetzt ritz, ritz, es ist Ronshot. ich kann nicht durch mein echten schild schießen das war wirklich ein bisschen ok du hast aber mir sei ja wenn du das schild musst und du hast in der gittert mir sei aber die angst die angst heisst gerade ein typchen von einem bier angegriffen und zwar hat ein handy angeheuert und dann sieht der streamer so dass bestimmt ein schwarzbier die klauen gemacht tim hatte ich schon den schwarzen humor witz mit dem schwarzen und dem jüd erzählt schwarzen ich beherrsche meinen glaub mir ja hat sie dich schon gesucht nein nein mit dem jüd und dem schwarzen und dem gebäude nein so machen ok ich habe den ehren die das nicht witzig meine sein für allen das ist schwarzen und dem jüd und dem gebäude die zwei aufgeholt wegknallt als ich ihnen nun also oben jüd keine Ahnung schwarzen sicht Start eh du ich er immer an quick la es ist in jumpmaster der Ordnung Logo Sprena Die Freundin hat das mega Prost für das Janda, geil. Er hat mich da schickt und ich so, wie ist das denn echt? Ja, ich hab das richtig gekriegt. Kim? Mach ich was von ihm? Ja, ich glaube, seit 20 Jahren. Mach ich was? Wir haben dir auch mal geschickt, ich dachte, ich muss ein Billig, wenn du das schickst. Die Freundschaft für Englisch ist 20 Jahre. Nee, das ist gut. Also hatte ich ein paar Kollegen, die ich selbst, ich geh zu mir noch vor, aber ich kann effektisch. So, hat er es, hat er es, der. Im Gnach zu Trance. Nee. Oh, ich hab das zu mir. Ich hab das zu mir. Ich hab das zu mir gesagt. Ja, ich hab das zu mir gesagt. Ja. Auf der Heide ist ein kleines Blut. Nein. Nee, der Marsal ist nicht da. Wo ist der Marsal? Ich weiß nicht. Schlaufe oder nicht? Oh, Mann. Zipf und klatschen. Das ist ein Zicke schon gar nicht. Was hat das da schon rumgeschickt? Oh, das ist immer so scheiße. Ich weiß nicht, dass ich zwei bei Bordewüß. Ah, das sehen wir von ihm. Ich denke, er hat eine Person am Stream. Und das hat mit mir geschwadert. Und das hat am Mainstream gekommen. Und so die, so die, so die... Löse dich scheiße. Das ist nur ein Mainstream. Geh es ja nicht mehr. Ja, ich bin in der Nähe. Zehn Sekunden. Nee, Dylan. Du hast pure Zicke Heu. Nicht mehr gekriegt die letzte Woche. Wirst du bei waren? Hab ja ein Hitze-Schicht. Nein, weil, äh. Wissen, der Bordewüß ist permanent von ihm exposed. Dass wir Heu kaufen, Du kaufen, Heu kaufen. Ah. Seitdem ist wie mein verbet neu hat. So, wieso? Ich bin für's richtig Follower. Nicht für die zwei. Nein, nein, ihr hört einfach Follower, weil ihr Schwarz hat. Na, meine ich hab' auch für meine Schwarz. Und ihr, diese Grußdopf hier und ihr könnt immer so für eine Sprange los. Dann hohe und du. Wummeu ist schon einfach. Ja, meine ich hab' auch für die Schwarz. Also, meine ich hab' auch für die Schwarz. Ah, du nehst du, die Glatanz ist so. Nein, 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 nein. unterwegs wo ich will schon skammler wenn den alarm september oder nicht als wirtschaften Ich hoffe dann ein Dere geschafft als Rande. Also egal, hat seine Angst. Ja, Fleischerei. Ja. Und dann hast du Christa wenigstens ein Gemüse oder so. Ja, ich hoffe dann einen Bock geschafft für Muppei. Oh, der geil, wie süß. Naja, für wenigstens kriegt er den Asiatzen jetzt nur für Christa. Oh, Kako. Oh. So ist das richtig. Das ist so ekelhaft. Das hat dann den schwarzen Humor. Ja, der Papo ist mehr wie genug. Ja. Boah, der Papo. Das ist ein Dille, das ist ein schlechten Auffluss. Ja, knapp sie nicht daran geht, es geht zu Rassisten rein, bitte. Das ist immer der Dille. Das ist immer der Dille. Das ist immer der Dille. So packt sich immer das über. Es ist relativ fröhlich das Party. Es ist egal, ich habe auch ein Gefühl. Es ist nicht raus, du hast eben gelieft. Es ist nicht raus. Es ist nicht so, dass sie so zu... Oh, nein, nein, nein. Es ist nicht so, dass sie in der Konger sind. Es ist nicht so, dass sie in der Konger sind. Nein. Nein. Ich schaue jetzt nochmal, Maxi. Bis vorne, hopp. Ja, schaue ich. Ja, schaue ich. Ich schaue jetzt nochmal. Ich schaue jetzt nochmal. Machst du Panischer. Lohn mir nix. Du bist ja nicht Panischer. Ja, top. Hi. Schalt. Du für drei. Panischer ist einfach gut. So ist es immer. Aber so geil. Mit den Joi Muldow-Prozessen. Wie macht ihr es immer? Also macht ihr es einfach Zucker, eine Klasse Nutella. Brungenzucker. Nutella. Ey, Zucker, wie langweilig das da hat. Brungenzucker. 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 Ja, oder Timzucker. Brungenzucker. Brungenzucker. Also ich erstens gehe mit Nutella. Ich mache mittlerweile ein bisschen healthy Pancakes mit Banonnen und Oats. Ich mache es halt selbst. Schaue es mir. Schaue es mir gesund halt. Schaue es mir gesund. So. Nö. 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 Also zu New York. Du und ich die richtig Pancakes gehst. Oh mein Gott. Ich hab das total aufgestellt. Big and juicy. Das war der Nutzung, Mann. Guter. Ich fälle gerade etwas her. Sekunde noch. Ich bin Nutzung. Wie ist es denn? Der Squad steht noch. Scheiße. Jetzt sind wieder Tickets kommen. Hahahaha. Pippi und Fakul in Pippi Kappala. Ich stelle etwas her. Wartet kurz. Wann zieht die sich denn aus, Max? Äh. Schönen Murauf gelötet hat. Alles nachgeschaut. Come on. Gibt's. Mö. Ja. Schönen. Schönen. Alles richtig gemacht. Das ist so ausgelötet am Moment, das Spiel. Ja? Ja. Ich hoffe, in MV3 geht besser. Ich hab ein paar Materialien. Also das ist ja die Warzone, oder? Ja, ja. Aber ich fand ihn nicht gut. Also... Geht besser als ihn. Gibt's eigentlich die Warfax. Nein. Das stimmt, was Battle Royale geht mich levelnet. Nein. Apex Legends aka Titanfall. Ich spatsch. Ich sparsche den Mann. Und dann lass ich ihn. Ja! Ich sparsche den Mann. Ich sparsche die Woman zu ihm. Jetzt bin ich. Okay. Okay. Ich habe eine Zippe-Line. Da muss ich noch bloße gehen. Immer noch einen PS-Ferngefahren. An sich kann man auch höher werden. Ganz höher werden. Kannst du ein bisschen rubsippen, normalerweise. Mach das, geht es. Seilrutsche im Einsatz. Jaaa. Vamos. Geh, geh. Immer einen Rundzocke. Let's go. Neee. Neee. Sie ruf geflötet. Neee. Sie sind an. Oh mein Gott, Sie sind... Oh, das ist nicht da, nee. Jungen, ich bin da dickfühlen. Ich gebe einen Schuss. Komm, Max. Immer bei den einen gehen. Ich bin da, ich kann nicht. Ich fahre halb auf. Nockt. Ich muss aber leider mit schälen. Neee. Wir gehen an der Rubs. Da wollen wir schon bringen. Ich hab jetzt ein Dissens. Natürlich. Ich bin da. Der streams. Wir gehen an der Rubs. Wir gehen an der Rubs. Wir haben mich gesicht. Steh unter und runter. Genau. Ok, ich verschattel. Wir haben mich gesicht. Ich stehe unter und runter. Du bist... Oh, 100, Dice! zwei teams in your fortnight spiele mann immer ist der mund ausgabe dabei sind ja kacke die gegner schießen auf mich lade nach ne hopp scheiß gehörnpartys man pfff ach immer die drei leck egal minna gut gespielt top o o oder Die sind mega gut bei Apex Legends, zwar bei The Shroud. Die haben ja nicht lang gespielt. Nein, die haben ja nicht pro Season gespielt. Nur... Wollt noch abgehen. Fade, jetzt Timmy, die sind noch mega gut. Und dann den Imperial Hall. Ja, eh noch. Ja, 220. Ja, es ist noch nicht. Ich fand es bis zuerst, die Leute mit fünf Stellen sind Kills. Das war ein Kuppel. Mal ein Kuppel. Warte mal her, hör. Es geht los, komm rein. Oh, hier sind wir da pur. Zwei Teams? Ja, breit. Du hast schon die Mettelskuppel da. Die Mettelsküppel. Ich gehe nachher. Ich gehe nachher. Wir sind nicht alleine, Jungen. Okay, ich rufe nach dem Okayen. Das ist immer gut. Oder? Gibt es gefeiert? Ja, beim Bappo gibt es gefeiert. Ja. Facing es optisch. Ja. Du hast ihn. Komm, bei Bappo. Ja. Ich nehme den schlimm längsten. Ah, Elektro. Oh, die brauche ich. Du für drei. Ja, in der Dice. Kontakt mit vier. Feuere. Hey, Leute, hier drüben Schaden. Ich lade mal nach. Bei. Die schießen auch nicht. Oh. Ich schwöre mich. Ach, der hat eh nur geschossen. Oh, mein Gott. Ich schieße den Kuckuck. Ich schieße den Kuckuck. Oh, Sniper, woher. Ich spitzknie mich. Ich muss mich heilen, eine Sekunde. Boah, schießt ein Granatkopf, da pushen wir. Du weißt nicht, das ist ein Alter. Rein? Oh, okay, ne, jetzt sind wir zu weg. Ich bin sehr schuldgebrägt. Oh, ich bin gleich auf der Seite. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich einen krassen Nähim. Jetzt habe ich einen Alter gesnipet. Ich habe ihn nicht gekriegt. Ich habe ihn nicht gekriegt. No, nächster one. Okay. Okay. 3 wenn es da schon drin Na zado... Ich kann mazutren... Ich kann mazutren... Jetzt nimm mal... Ich habe einen Raum vor Gewaltes... Nein, ich kann schiefen... Eine Lange... Deine Achterung... Hallo? 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 Ja, Destiny... Ha! Da ist ein... Oh! Ich weiß... Ich... Ich... Der Zentren-Titel gehört praktisch von uns. Egal was passiert, wir kommen alle wieder nach Hause. Ich werde dann so weit. Ich halte mich nicht für die Beste, aber euch alle für schlecht. Stellt euch das mal vor. So. Der Paner ist voll an. Ein Boxring. Ein Boxring. Ich hab jetzt geboxt. Die müssen noch lange. Schenkt euch ja. Ja, wie gesagt, muss so was. Oh, Schneingölle. Was für eine Scheibegraf. Ein Elektrogewehr. Er ist ein Rucksack. Dufe 2. Okay, jetzt ziehen wir's durch. Oh, gut Sache, weil du nicht viel Strom. Naja. Naja. Wirklich nicht. Immer scheiß. Du war scheiß. Ah, Alter. Wir sind schon im Ring. Hier ist dein Rucksack. Stufe 2. Der Puppes Pille im Reithausen. Ja. Du war scheiß. Boah, hier ist ein Elektrogewehr. Wir haben Golde. Hier ist ein Elektrogewehr. 1001. Vielseitige Plattform von geringen bis großen Erfernungen. Champion am Boden. Neuer Kirchspitzenreiter bestimmen. Neuer Kirchspitzenreiter. Seid wachsam. Hier ist eine Wingman. Hier ist eine Dox dran. Ich hab hier eine Anpassung. Unterbrechen. Ich hab hier eine Anpassung. Oh, die brauche ich. Genau das brauche ich für meinen Alternator. Alternator. Ah, ich brauche schon einen Alternator. Gracias. Oh. Oh. Oh, ja. Das wollte ich gerne. Wo ist die Schuhe? Oh, ich brauche schon mal. noch Stress mal. Nein. Riecht schließt sich. Komm, wir warte. Wir haben Glück. Wir sind schon in Riech. Oh, Party aoi. Ich hab hier. 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 Was ist denn DJ? Was ist denn DJ? Ja. Was ist denn du? Feiere? Oh, eh. Ich hab hier. Du. Nein, mein doch nicht. Nein. Mal rup. Gehen wir dort entlang. Ja. Oh, das war dumm. Ah, das war dumm. Ah, das war dumm. Komm, wir mal rup. Ah, die sind auch noch. Ich hab ein paar Materialien gefunden. Gemei, sie schläft dich. Ah, jetzt in der Pur. Oh. Guck mal. Was ist denn? Ich schaffst du mal nicht. Doch. Schon dick spät. Nein, wurscht es immer. Oh, sie sind eben nun Kampen. Die dürfen. Schälen. Wir sind hier wirklich gesandwiched. Hm. Weil du nur ein Team könnt. Das wäre doch geschehen. Das ist ja ein Kryptodron. Oder? Komm, jemand. Sie sind doch. Ja, Kryptodron. Nein. Gefahr. Sie sind doch. Sie sind doch. Sie sind doch. Ja. Können wir, ja. Ja, ein Kryptodron. Ich bin hier unten drin. 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 Ja. Ich bin hier unten drin. Ja, ich bin hier unten drin. Was ist denn da? Ah, sie sind. Ah, sie sind. Hier ist schwerer Munition. Ich habe hier einen Evo Schild. Cool das Ding. Stufe 2. oh hi im den Eck sind da. Mann, ich kann mal so für ein Hannes hinfügtchen. Hi. Ich fahre schnell die Küche, ja. Stufe 2, Hut für Angriffe auf größere Empfangen. Das ist relativ zuhause. Kann ich sie bleiben machen? Ja, wenn du willst. Ich kann nicht gucken, dass ich so weit wie mächtig komme. Geh dir, Schüsse. Weil sie lauter Kräfte gebraucht. Ich komm noch, ich bin mit mir die Kamanda. Da musst du nach vier können. Na, aber es müssen so heiß sein. Da drüben ist ein Care-Paket. Der Saal rutscht schon am Base. Da müssen doch jetzt schon sehen. Hi, nein, hi, nein. Ja, hi. Bei meiner Markierung. Werfen Termitgranate. Ich presse frei. Gesichtet. Leg ein Zahn zu. Achtung. Schwurz mit den Schmerzen. Gehen um die Zahn. Das ist Ming, das ist Ming. Okay. Oh, Hanna da ist, Hanna da ist. Oh, mir ist wirklich gesandwiched. Beide Gesichtet. Leg ein Zahn zu. Feindlicher Schilds geknackt. Kuppelschild aktiv. Ich benutze mein Phoenix steht. Heile, halte dir den Rücken frei. Lade Schilder auf. Lade Schilder auf. Schild auf? Ei, warum mir? Genau hier. Komm, johne. Heile mich, nur eine Sekunde. ich weiß nicht, ich spiel es kniebeln und nur da oben das ist schnell aber ich hoffe als ob das nach einem anderen Team tut ich brauche ein Spielkot drehen ich habe keinen Roboter mal hier roboter als er kommt Man zerkommt. Oho. Wow, wie schnell man das schlafen. Von der Pferd. Aime da der Leib. Ja. Der ist gut. Ich hab mich mal eine Weile hochgenommen. Ah, was ist denn da für ein AIM? Ja. Ah, da sind zwei Teams, oh, ich sehe lauter Teams. Ich weiß nicht, ich kann nicht kräften. Du bist ja schon tot. Nachts sind ich nicht tot. Ah, fuck, ich weiß nicht. Ja, ich kann es nur sammeln, ich geh sterben. Ich geh sterben. Ich geh sterben. Ah, nein, sie sind da. Der ist schon her, ja? Ich denke. So. Ahne sind da. Ich schreibe hier gerne. Ich schreibe so. Sie craften. Es ist einfach hier. Ich schreibe so einfach mehr in der Stadt. Hier drüben ist ein Kehrpaket. Ich schreibe hier. Du bist nicht, wenn du das fünsterboot hast. Ich schreibe so, wie du das fünsterboot hast. Replikator, neherzich, Freunde. Ah, geht es in die Ahnung. Die Wechsel hat mich gesehen. Boah, ich weiß nicht. Ah ne, das war keine so gute Idee. Oh, nechste, die sind es. Die sind beschäftigt. Oh, ich gehe nach vorne pushen, scheiß drauf. Wo gehe ich jetzt da? Komm, den höllste! Nächster. Oh, 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 was ist das? Oh, Katalys. Ja, gestumpt. Nee, 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 nee. Oh, 100 da. Links, links, was? Jetzt. Oh, nice. Oh, nice. Hoppa. Oh, das ist schon ein Gefühl. Das war uns zogeschossen. Das hat so schlecht gemacht, sorry. Das hat so schlecht gemacht. Die einzige Legenden, die nicht Milieu schlafen von Zugschuss aus Kaustik oder Gibi. Ich meine, das sind die Ehenstecklegende, ne? Maja, du gehst ja. Du gehst beim Gas, Milieu, du gehst beim... ... Olympus. Das war's. Magie liegt im Auge des Betrachters. I bet you have a new win, I really, ne? It's my own. I can't wait for this match to win, my friend. It's a lag that's not, it's not at all. That's how it looks. I can imagine your champion. I like the wind in the eyes. In seconds between the scenes. And it's a long time ago. 223. Let's go. Let's go. That's what I've done. And I've always liked Sunu and Mower, so that the left, the Gibi, don't come to Raguen. Haha, I think that's a mess. That was a nice move. Is he dead? Yeah. Oh, fuck. Wow, fuck! Come run in. Easy. Can I ask, two. I need him in the next. Good. kurze pause ok dass die mal direkt auf mischt was das ziel gewährst bläck wir brauchen nicht bläck wir brauchen uns praktisch ja, hast du gesehen anscheren boah, die geoghäste ist mäh splittergranate unterwegs werfe wogenstern ein bisschen muni aber oh, heuersehen oh, ne eh, paf, weiner baller sehen wir uns neee war ihn oder will ich habe kein muni mehr das nervt mich ach, ich komme bei dich ach, ja, sie bei mir ich probiere bei dich wir wollen da durchgauen du schmink mal, oder dir da geh ich habe kein Kugel in mich das ist das Problem f***, ja, hätt mich gesehen neee komm, komm mal hin ich hasse, mott, das Ding ist schuld okay, jetzt erfüllt mich ich bin am Boden komm, wo geht's ne, guck ne, guck, dat nervt mich das in der Sohnu 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 ne, guck mal hin Oah, Monat komm Und dann werden die aus ihren Kern rauskommen und sagen, dass wir das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du bist ja okay, was lief bei dir dann? Du wirst ja nicht, ob die anderen Leute bei Max im Stream nur Fisch tun. Ja, kein Sinn. Anna! Chubabi! Ahm! Wow, ihr Küken ist nice für dieses Pokémon. Komm, komm! Bollocks! Oh, Wing-Wing-Manny! Da kommt dein Kerberkid! Ich liebe Beute! Wing-D-Man! Wing-D-Man! Boah! Hier drüben ist ein Kerberkid. Und wo haben wir die Marriere? Objektiv hier. Für Scharfschiffsen. Seilrutsche im Einsatz. Ich kann dann so ein Scanner holen. Can he scan he? Sure. Okay. 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 Los sie kommen, los sie kommen. Geh nicht ran, weil dann denken. aus der hausage ich muss hier doch passen weil sie können auch für den high kommen high ran weil sie in party wir können high ran warte mag ich kommen ich glaube nicht du da bist du hast aber noch ein squad ne yo yo track 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 ja die Ich verpasse ihn 940 oder 10. Okay, gut. Ja, ja, heiße der andere Team, aufpassen. Ich repariere mich sehr gut. Da kommen wir bleiben in der Banne. Komm mal rotieren, komm mal rotieren. Ja, sieh. Schöne Zipline für Rob. Kommt schon. Seid euch schon im Einsatz. Dann gehen wir mal bis hin. Ah, ja, 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 ja. Komm. Noc. Ich gönne meinen Schild in eine Aufladung. Der Mond ist ein strenger Herrscher. Das verbindet uns. Moment. Schieße. Schieße. Komm. Komm. Poppa, poppa. Das war's heute. Das war's heute. Der Sammarsport erledigt. Du hast den Verstauber, mein Weltkirc. Moment. Ich muss mich heilen. Ich brauche, wie liegt Mac? Ich heilen. Kurze Pause. Da ist noch kein. Keiner von uns aus dem Ring. Nein. Pfff. Sie feiten die Galle. Wir können auch weitergehen. Ja, wir müssen so unkern, so unkern. Wir müssen so unkern. Wir müssen so unkern. Wir müssen so unkern, wir müssen so unkern. Wir müssen so unkern. Oh, scheiße. Wir müssen so unkern, das ist noch nie. Ja. Nee, sind wir gut. Nee, wieso läuft es da so los? Nee, Mann. Pitaaaaaa. Ah, Kuppel, dann da was. Ich komme, ich komme. Ach, sieh, Andy. Ich muss mich schälen. so dass wir zu stark machen probieren ein zipline zu schicken die punkte doch noch war dann die schüttlichen dingen der war so knapp Ich hab mal Pfeil nichts. Hallo, er ist Chance. Er ist da. Er ist da. Du, du, direkt links verstoppen sich. Oh mein Gott, man. Das lief bei Hina. Aurem, Halko, Aime. Raidals, Crack. Ah, Granat. Oh nein. Oh, vergesst das ja ohne. Aime, der das. Probier einfach zu zippen. Zone, Zone, Zone. Oh, oh, oh. Halt Portal, halt Portal. Nee, ich hab's nur noch mal reingesucht. Inge reingesucht. Oh, oh. Oh, oh. Läuft mir Oma hänken an dem Spiel. Ich hab's nicht mehr da. Halt mich nicht mehr. Schaßen, die map. Mach's wohl gerade der Portal. Na, da wär's nämlich immer um einen Zischer gewesen, wisst ihr. Na ja, oh mein. Fuck. Bist du, du hast zu viel Glück gehabt, wie mehr Lash Decay. Okay, es wird mehr Portal gewonnen und dann wird's ja gewartet, ob der andere sagt. Ja, look at the broken moon. Rimmenge an der Map. Oh, ne. Du musst auf Reidy drücken, na? Ah, hat er schon. Ja, weil Map geändert wird. Okay. Ja. Ahn, geht ab vor. Weg vor. Ich hoffe, dass ich von der Schramm am Diego gehen, dass es nicht drin eskaliert, dass Polis muss in der Map gehen. Wieso? Let's do it, wo ich in der Map war, ähm, all die seltene Mölle, aber die Flickern immer dann in der Map geh. Boah. Der ist sonst zu mängst, das ist der Krui-Boys. Ein Spiel am Tag, der den Doktor erspart. Einige wurden vom Weglaufen geboren. Andere haben eine höhere... Hey, Männer sind Meter 60, was will die bei der Krui-Matt flicken. Ja. Gut, Mjona ist auch dick, äh, Mjona ist ein mega Besuch. Ob du, äh, vor... Ich glaube, das ist genau korreinke. Ich darf vorstellen, euer Champion. Nicht blinzeln, sonst boah, passt ihr mich. So. Er greift jetzt die Initiative, dann wieder drüben. Ich liebe diesen Teil. Der Himmel gehört mir, aber die erste Runde geht auf euch. Ha, 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 ha. Hm, hm. Sehen wir so aus. Oh, auch nicht. Ah, doch, eh, doch. Nee, doch, nee. Bis dann. Bis dann. Oh, sieh. Ohju. Das ist aber auch nicht zu Pfeil. Du bist. Sof ich mir nicht zu hoch. Ach, das ist alles şey. Naja. Ohju. Ich bin sehr eng. Ich bin ganz sicher. Ziemlich weit bis zum Ring. Materialien, abgehackt. Materialien, hier. Man von vier Sekunden und der Ring ist breit weg. Ich brauche eine Optik für ein Sturmgewehr. Ich brauche eine Optik für ein LNG. Ich brauche eine Optik für ein LNG. Ich brauche eine Optik für ein LNG. Oh. Ein Spittfeuer. Ah, ich höre schon ein paar So, mein Ultias fertig gleich Wir können flieren Oh, hi! Oh, ho, ho, ho! Ah, ich komme zwischen Yes, Sir! Oh, nehmt! Edipo Jaaa Da drüben ist ein Capper-Kids Sollen wir spielen, oder? Asi... Vamos! Oh, das ist ein Batterie, das stimmt sehr sicher Ja, das stimmt Hauptsichtwerk bereit! Wie? Bei abfallendem Kabinendruck werden Bauerstoff-Massen bereitgestellt Und sollten sich mit hinterher in den Reisen Erstens Blut Ach, Schluss mit dir! Einer sind da! Na komm, nur nirma, dein! Ich habe Solo! Sicher? Schau! Wir heilen! Wir heilen! Wir heilen! Ja, rufeln! Ah, ne! Ah, ne! Ne, 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 ne! Oh, keine Zine! Die tun uns, die tun uns so allegor Ja, ne, 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 ne! Triple take! Sorry, dass die doch hier Schuhe mischt, bei No! Bisschen traurisch! Ich hoffe, gewaped! Ja! Aber Ellen! Wir heilen! Du, du, du! Sehen wir uns mal diesen Schwadraten an! Ich habe schon genug Punkte! Top! Ja, top! Der Himmel gehört! Aber die erste Runde geht auf euch! Wuuu! Ha, 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 ha! Ich habe meine Dinge für mich! Alternator! Egal! Kannst du Flasch noch! Kannst du einen Kotz weg? Nee, nee, nee! Oh, die Erwin ist so großartig! Kannst du jetzt noch einenke kraften! So gesehen wird dir noch genug für, als noch einenke kraft! Ja, ja, und das ist ja! Wir müssen hier rüber fliegen! Der Blue Chills! Ich komme, helfe und da im Rettungseinsatz! Körner in der Greteturge! Sofe 4! Ich bin wieder im Einsatz, Freunde! Ziehen wir es durch! Wir müssen hier sein! Hi Blue Chills! die jünger sind wie richtig krass gebieft ja du siehst wir können drüber waschfleisch gucken dass meine lütung ein ein rein und hin da ist schon immer ein Wiesbogen M-Lock rein ich bin ja die bürgern guppel Hei Riex Lander dann hei Ich muss zielen Ich muss zielen Senni Phoenix Hei sie bei mir Freutisch Zehn Sekunden Direkt nebenan Kein Problem Kein Besuch Jonge Hei Hei Ich stehe unter Beschuss Freunde Werfe Termingranate Keiner ist fort Ich muss zielen Lade nach Sekunde Geht Haarung rum Lade Schilder auf Lade meine Schilder auf Ne Hat er wohl gesagt Ob es Köln ist Hei Gegner gesichtet Der Opfer tut das ist hier Geht Fertig E 우리 Z spell Fertig Hoppa Hei schmackst du ich gönne meinen schilden eine aufladung wir haben einen neuen kill spitzen wir können flayer hier ist eine optik äh, stop, ist jetzt keine Panik, aber da draußen sind Bandits und kommt neuersehen neuersehen werde beschaffen, feiere laden nach oh, heiner geht nein ich gucke, dass ein Trait, weil der Trait war an der Zone nimm die Beine in die Hand und lauf, Schlampe ist gestorben, halt nein, du scherzies alle können zusammen spüchen, die Jungen sind ich stehe unter Beschussfreunde zwei gekämpft ist das ich gucke, sie müssen beim Mesh kommen ah, guck, ich legte Stickdrift, guck das ist das ist that ja die ich kino bat ok ich kimi 3 Wenn mal der, wenn er sich rügt Ist das 1 oder sind das 2? 2 Den an es nicht zisch Oh, ich mach mich auch 2 Ring aktuell in Bewegung. Achtung! Die Verkehrpaket aus! Was stoppen wir jetzt mal nachher? Ob der Schaden. Pfeil. 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 Ja, die, die wollen die weißen. Pfeil. Der fucking Brei Cup. Das ist nicht schimmig. Ich will in deinem Hut. Bleib mal vor euch. Ich bin doch scheißegal. Dann fallen sie. Dann haben wir die Röhre Stube, wenn ich. Geh mal weh. Ist doch ein Klacks. So, du hast noch wie viel. So, ich warte da. Oh, du hast das Leibung bei dir. Oh, wo ein Storch abgehst du? Scheiß drauf. Das wäre nicht. Der löst der Halber. Nice. Ja, ich bin im nächsten Ring. So. Ja, schon geil. Längst. Stab's. Längst. Das ist ein Zupfer. Ah. Ah. Well, start. Runde 5. Start den Countdown. Ah, man ist ja vom Acker, Junge, na? Jo. Ah, ich muss das ja verfreuten. Und dann ging ich hoch. Oder war es bis... Third-Party aus und dann... That's the win. You spin my head, ra 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 ra, baby. Okay, man. Ah? Abou, man. Ich muss das, man. Ich habe 26 Jahre, man. Ich muss das, man. Ah? Was? Ich muss das, man. Dann, ja, abou. 5 Minuten. gut. Vergele bin ich ab? Ich bin dann GUDIX. Die Acker natural ist ein. Sie sind gut. Man braucht das Vielen Dank. Vielen Dank. Ich versuche einen Vantage. Nehmen wir diesen Weg. Oh. Ich habe den Weg gleich, ob ich aufgesinnt habe. Was ist der Name? Der muss auch einen zu kämpfen. Ja, den hast du innen. Oh, hier. 100. 100. Oh, Junge, ich war's gut. Ja. Yes, Ali. Ciao. Bis demnächst. Bis demnächst. Okay. 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 So, dann. Ich werde jetzt auch aufhören, weil ich muss mir... ...mühe bei mir kommen. Kein Problem. Aber mir sind nicht gemein. Ich habe alles gesehen, als ich spontan bin. Wir haben heute viel gemacht gerade. Was gut fühlen, du kommst am Rhein. Ja. Na, top. Ich habe auch noch genug Zeit, aber bei meinem Mann muss ich das ganze in HSV potzern. Also... Ja, ich freue mich. Ja. Ich muss 18. Ja. Dann höre dich erst. Mein Vater und ein Geräusch. Alle. Alle. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.